Spade and Archer Ja, mein Schatz Draußen ist ein Mädchen, das möchte sie sprechen Wonderly heißt sie Eine Kundin Sieht so aus Sie werden sie sehen wollen, die reißt sie vom Stuhl Immer herein mit ihr, mein Engel Immer herein Der Malteser Falke Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett Aus dem Amerikanischen von Peter Naujagd Hörspielbearbeitung und Regie Sie ist fünf Jahre jünger als ich und wir haben nicht dieselben Freunde Ich glaube, wir haben uns nie so nahe gestanden, wie Schwestern das eigentlich sollten Mama und Papa sind in Europa Ich muss sie zurückholen, ehe sie nach Hause kommen Ich habe es hierher geschickt, postlagernd, das war die einzige Adresse, die ich hatte Eine ganze Woche habe ich gewartet, keine Antwort, kein einziges Wort Deshalb bin ich nach San Francisco Ich habe ihr geschrieben, dass ich komme Das hätte ich lieber nicht tun sollen Vielleicht nicht Sie haben sie nicht gefunden Nein Gestern Nachmittag bin ich zum Postamt Ich bin dort geblieben, bis es dunkel wurde Heute früh bin ich wieder hin Ich habe Corinne nicht gesehen Dafür aber Floyd Thursby Er wollte mir nicht verraten, wo Corinne ist Er hat gesagt, sie will mich nicht sehen Das kann ich nicht glauben Er hat versprochen, ihr zu erzählen, dass er mich getroffen hat Und sie zu mir zu bringen Und zwar heute Abend ins Hotel Er hat gesagt, er weiß, dass sie nicht kommt Er hat aber versprochen, selbst zu kommen, wenn sie nicht will Er... Oh Entschuldigung Schon recht, Miles, komm rein Miss Wanderley, das ist Miles Archer, mein Partner Angenehm Guten Tag Miss Wanderleys Schwester ist aus New York mit einem Burschen namens Floyd Thursby durchgebrannt Sie sind hier Miss Wanderley hat Thursby getroffen und ist für heute Abend mit ihm verabredet Vielleicht bringt er die Schwester mit, wahrscheinlich aber nicht Miss Wanderley möchte, dass wir die Schwester finden, ihm entreißen und auf den Heimweg bringen, richtig? Ja Miss Wanderley... Das dürfte kein Problem sein Wir werden heute Abend einen Mann vor ihr Hotel beordern Der wird ihm auf den Fersen bleiben, bis er uns zu ihrer Schwester geführt hat Wann will er sie aufsuchen? Nach acht In Ordnung, Miss Wanderley, wir werden einen Mann dorthin beordern Mr. Spade, äh... könnten nicht Sie... oder Mr. Archer... Ich würde... ich... ich erwarte natürlich, dass ich dafür mehr bezahlen muss Reichen 200 Dollar? Reichen Miss Wanderley, ich werde mich persönlich drum kümmern Ich werde nicht einschätzen, dass die Stctors group herausrohen, aber ich kann nicht Consulten haben ... Das illustrations von Fresse Die St kader tot im nebel hallo ja am apparat tot ja in 15 minuten was suchen sie hier ich bin sam spade tom paulhaus anrufen aber natürlich ich hab sie erst nicht erkannt sie sind da hinten hallo sam ich hab mir gedacht du willst sie noch sehen wie wir ihn fortschaffen danke tom was passiert genau durch die pompe mit dem da in der bläck englisch nicht wahr wapley fosbury automatischer revolver 38 8 schuss wird nicht mehr hergestellt wie viele sind raus eine kugel miles muss schon tot gewesen sein als er durch den zaun hier war hat ihn gefunden der mann auf streife schilling hat jemand den schuss gehört herrgott noch mal wir sind doch auch erst gekommen sicher hat ihn jemand gehört wir müssen ihn nur noch finden meins kann ohne waren der hüfttasche nicht abgefeuert sein mantel war zu in seinen taschen waren 160 eier und ein zerquetschte war er im dienstern er sollte ein typ namens flotters wie beschatten weswegen weswegen ich muss los oder willst du seiner frau beibringen das ist so kam meins hatte sicher seine fehler wie wir alle aber ich schätze er muss auch ein paar gute seiten gehabt haben wird wohl so gewesen sein mal fünf heute in der teufel Hallo Tom. Hallo Lieutenant, kommt rein. Auf das Verbrechen. Hast du es mal als Frau beigebracht? Wie hat sie es aufgenommen? Von Frauen verstehe ich nichts. Ausgerechnet du. Was für eine Kanone tragen Sie bei sich? Keine. Ich mag die Dinger nicht besonders. Im Büro sind natürlich welche. Eine davon hätte ich gerne gesehen. Sie haben nicht zufällig eine hier. Sehen Sie sich um, stellen Sie die Bude auf den Kopf, wenn Sie einen Haussuchungsbefehl haben. Nur red kein Quatsch, Sam. Was wollen Sie, Dandy? Wer ist Sirsby? Was ich über ihn weiß, habe ich Tom schon erzählt. Tom, haben Sie verdammt wenig erzählt? Ich weiß auch verdammt wenig. Warum haben Sie ihn beschattet? Miles hat ihn beschattet. Und zwar aus einem ziemlich einleuchtenden Grund. Wir haben einen Klienten und der zahlt für seine Beschattung. Wer ist dieser Klient? Aber, aber... Sie sagen es mir jetzt oder Sie werden es vor Gericht sagen müssen. Schließlich geht es hier um Mord. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich geheult habe, wenn ein Bulle mich nie leiden konnte. Sam, jetzt... Was juckt eigentlich deinen jungen Freund? Das will ich Ihnen sagen. Genau 35 Minuten, nachdem Sie die Burrage Street verlassen hatten, wurde Sirsby vor seinem Hotel niedergeschossen. Tom sagt, Sie hatten es so eilig, dass Sie nicht mal einen Blick auf Ihren Partner werfen wollten. Verdammt nochmal, Sam, du konntest ja nicht schnell genug wegkommen. Sie sind auch nicht zur Archer nach Hause, um es seiner Frau zu sagen. Wir haben dort angerufen. Ihre Sekretärin war da. Ich gebe Ihnen 10 Minuten, um an ein Telefon zu gehen und mit Ihrer Sekretärin zu sprechen. Weitere 10 Minuten für den Weg zu Sirsbys Bude. Und damit bleiben Ihnen gute 10 bis 15 Minuten, um Sirsby aufzulauern. Ich wusste, wo er wohnt. Wann sind Sie nach Hause gekommen? 20 vor 4. Bin herumgelaufen und hab nachgedacht. Wo sind Sie herumgelaufen? Die Bush Street. Rauf und wieder runter. Haben Sie jemand gesehen? Nein, keine Zeugen. Sie haben Ihr Glas noch nicht ausgetrunken, Lieutenant. Noch ein, Tom? Nein, danke, Sam. Sie haben noch nicht genug beisammen, um mich einlochen zu können. Was, Dandy? Sie ist da drin. Ich hab dich doch gebeten, Sie mir vom Leib zu halten. Ja, aber Sie haben mir nicht gesagt, wie. Stellen Sie sich nicht so an, Sam. Ich hab Sie die ganze Nacht auf dem Hals gehabt. Tut mir leid, mein Engel. Ich habe nicht... Hallo, Iva. Oh, Sam. Grüß mich, Sam. Mein armer Liebling. Hast du es mal als Bruder gesagt? Ja. Er ist heute Morgen gekommen. Oh, Sam. Hast du ihn umgebracht? Sei lieb zu mir, Sam. Du hast meinen Mann umgebracht, Sam. Sei lieb zu mir. Du hättest nicht herkommen sollen. Bitte, Sam. Das war nicht klug. Bitte. Du kannst nicht bleiben. Kommst du heute Abend? Nicht heute Abend. Bald? Bald. Wie bald? Sobald ich kann. Auf Wiedersehen, Iva. Nun, wie sind Sie mit der Witwe zurechtgekommen? Sie glaubt, ich hätte Miles erschossen. Damit Sie sie heiraten können. Die Polizei glaubt, ich hätte Thursby erschossen. Werden Sie Alva heiraten? Red kann Stoß. Sie hält es nicht für Stoß. Warum sollte sie auch? Ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen. Ja. Jetzt vielleicht. Ich weiß nie, was ich mit Frauen reden oder machen soll, außer eben das eine. Außerdem konnte ich Miles nicht leiden. Das ist gelogen, Sam. Halten Sie es für möglich, dass sie ihn getötet hat. Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Ihre Alva erst ein paar Minuten zu Hause war, als ich heute früh um drei bei ihr aufgekreuzt bin, um sie schonend auf ihr herbes Schicksal vorzubereiten? Aha. Sie hat mich vor der Tür warten lassen, während sie sich ausgezogen hat. Ich habe ihre Kleider gesehen auf einem Stuhl. Hut und Mantel lagen zu unterst. Ihre Bluse oben, die war noch warm. Sie hat gesagt, sie hätte geschlafen, aber das hat nicht gestimmt. Das Bett war aufgewühlt, aber die Falten kamen nicht vom Liegen. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Sind Sie gestern Nacht mit ihr zusammen gewesen? Nein. Ehrlich. Ehrlich. Benimm dich nicht wie Dandy, Schätzchen. Das steht dir nicht. Ach, sehen Sie mich an, Sam. Sie meinen immer, Sie wissen genau, was Sie tun. Aber Sie sind cleverer, als Ihnen guttut. Und eines Tages werden Sie auf Ihrer Cleverness ausrutschen. Übrigens, Miss Wanderley hat angerufen. Was hat sie gesagt? Sie möchte sie sehen. Sie wohnt im Coronet in der California Street, Apartment 1001. Sie sollen nach Miss Leblanc fragen. Das werde ich tun, mein Schatz. Lass inzwischen das Spade und Archer von der Bürotür entfernen und durch Samuel Spade ersetzen. Ja? 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 Das war's für heute. Treten Sie ein, Mr. Spade. Der schwarze Vogel. Mr. Spade, ich muss Ihnen ein ganz, ganz schreckliches Geständnis machen. Ach das. Wir haben Ihre Geschichte sowieso nicht geglaubt. Was? Wir haben an Ihre 200 Dollar geglaubt. Sie meinen... Ich meine, Sie haben mehr gezahlt, als wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten. Und zwar so viel mehr, dass wir auch bestimmt anbeißen, Miss Wanderley oder LeBlanc. O'Shaughnessy. Ich heiße Bridget O'Shaughnessy. Das Dumme ist bloß, Miss O'Shaughnessy. Zwei Morde sind so zusammengetroffen, dass die Polizei glaubt, bis zum Äußersten gehen zu können. Hab ich Schuld an... gestern Abend? Ich würde sagen, es war nicht Ihre Schuld. Danke. Ich werde mir immer Vorwürfe machen. Mr. Archer war gestern Nachmittag noch so... so lebendig... Hören Sie auf! Er wusste, was er tat. Das ist nun mal unser Risiko. War er verheiratet? Ja. Mit 10.000 Dollar Lebensversicherung. Ohne Kinder und mit einer Frau, die nicht leiden konnte. Was erzählen wir nun der Polizei? Müssen Sie denn... überhaupt von mir erfahren? Ich glaube... ich... würde ein Verhör jetzt nicht überstehen. Könnten Sie nicht... Vielleicht. Ach, dann müsste ich wissen, worum es eigentlich geht. Ich... vertraue Ihnen... aber... ich kann es Ihnen nicht erzählen. Ich habe Angst. Nein, nein, missverstehen Sie mich nicht. Ich vertraue Ihnen schon, aber... ich habe Floyd vertraut und... Mr. Spade. Sie können mir helfen. Ich weiß, ich... ich bin nicht fair zu Ihnen, aber... Seien Sie großzügig, Mr. Spade. Verlangen Sie das nicht von mir. Ich... Sie sind stark. Sie sind findig. Sie sind mutig und unerschrocken. Hm... Sie brauchen keine Hilfe. Sie sind nämlich gut. Sie sind sogar klasse. Besonders Ihre Augen. Wenn Sie sowas sagen wie... Seien Sie großzügig, Mr. Spade. Das habe ich verdient. Ich habe ja selbst schuld, dass Sie mir nicht mehr glauben können. Was ist letzte Nacht passiert? Floyd kam um neun ins Hotel. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich hatte das vorgeschlagen, damit Mr. Archer sich ihn ansehen kann. In einem Restaurant in der Geary Street waren wir essen und tanzen. Und so gegen halb eins sind wir zum Hotel zurück. Floyd hat sich am Eingang verabschiedet und ich habe noch von drinnen gesehen, wie Mr. Archer ihm gefolgt ist. Und dann? Dann bin ich schlafen. Und heute Morgen habe ich die Schlagzeilen in den Zeitungen gesehen. Dann bin ich zum Union Square, habe mir ein Mietauto genommen und bin damit zum Hotel mein Gepäck holen. Nachdem ich gestern bemerkt hatte, dass mein Zimmer durchsucht worden war, musste ich umziehen. Also bin ich ins Coronet und habe ihr Büro angerufen. Ihr Zimmer im St. Mark wurde durchsucht? Ja. Während ich in Ihrem Büro war. Eigentlich wollte ich Ihnen das gar nicht erzählen. Das heißt, ich soll Sie nicht weiter ausfragen? Ich habe nichts dagegen, Ihnen blind zu vertrauen. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht helfen, wenn ich nicht ungefähr weiß, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel müsste ich ein paar Anhaltspunkte über Ihren Floyd Thursby haben. Ich habe ihn im Orient kennengelernt. Wir sind letzte Woche aus Hongkong hier angekommen. Er war... Er hatte mir versprochen, mir zu helfen. Aber er hat mich verraten. Verraten? Warum wollten Sie ihn beschatten lassen? Ich wollte wissen, wie weit er schon gegangen war. Ich wollte wissen, was er tat, mit wem er sich traf und so weiter. Hat er Archer ermordet? Aber sicher. Er hatte eine Luger in seiner Schulter, Halfter. Archer wurde nicht mit einer Luger erschossen. In seiner Manteltasche hatte er einen Revolver. Haben Sie ihn gesehen? Oft genug. Warum so viele Kanonen? In Hongkong hat man erzählt, er sei Leibwächter eines Glücksspielers, der die Staaten verlassen musste. Floyd ist immer schwer bewaffnet rumgelaufen und nie schlafen gegangen, ohne vorher zusammengeknülltes Zeitungspapier, um sein Bett zu streuen. Da haben Sie sich ja einen reizenden Freund ausgesucht. Nur einer dieser Sorte hätte mir helfen können, wenn er loyal gewesen wäre. Wie tief sitzen Sie in der Tinte? So tief wie es nur geht. Ich bin nicht Christus. Ich kann nicht aus Wasser Wein machen. Der Tag geht rum und Sie haben mir immer noch nichts gegeben, womit ich arbeiten kann. Wer hat Thursby umgebracht? Ich weiß nicht. Ihr oder seine Feinde? Ich weiß nicht. Hoffnungslos. Ich kann nichts für Sie tun. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben. Ich werde sehen müssen, wie ich alleine zurechtkomme. Wie viel Geld haben Sie? Noch ungefähr 500 Dollar. Geben Sie es mir. Es sind nur 400. Ich muss doch was zum Leben haben. Können Sie mir beschaffen? Nein. Sie müssen noch etwas haben, was sich zu Geld machen lässt. Ich habe noch ein paar Ringe, ein bisschen Schmuck. Na also, den werden Sie versetzen. Das Remedial ist dafür die beste Adresse, Ecke 5th und Mission Street. Draußen ist ein Mr. Joel Cairo. Ja. Und? Maiglöckchen. Der Kerl ist schwul. Dann nur herein mit ihm, Schätzchen. Setzen Sie sich, Mr. Cairo. Ich danke Ihnen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Cairo? Darf ich als Fremder Ihnen mein Beileid zu dem unglücklichen Tod Ihres Partners zum Ausdruck bringen? Danke. Darf ich Sie fragen, Mr. Spade, ob eine gewisse Beziehung zwischen diesem unglückseligen Ereignis und dem ein wenig später erfolgten Tod dieses Mannes namens Thursby besteht, wie das die Zeitungen andeuten. Ich bitte um Verzeihung. Mehr als nur müßige Neugier hat mich zu dieser Frage veranlasst, Mr. Spade. Ich versuche, ein Zierstück wieder zu beschaffen, das, nun sagen wir mal, abhanden gekommen ist. Ich dachte und hoffte, Sie könnten mir dabei behilflich sein. Dieses Zierstück ist eine Statuette, die schwarze Figur eines Vogels. Ich bin bereit, im Namen des rechtmäßigen Eigentümers der Figur die Summe von 5000 Dollar für Ihre Wiederbeschaffung zu zahlen. 5000 Dollar ist eine Menge Geld. Herein! Noch irgendwelche Wünsche? Nein, gute Nacht. Schließen Sie bitte ab, wenn Sie gehen. Gute Nacht. Wie gesagt, Mr. Cairo. 5000 Dollar. Sie wollen bitte Ihre Hände im Nacken verschließen? Der Levantiner. Ich habe die Absicht, Ihre Büroräume zu durchsuchen, Mr. Spade. Ich warne Sie. Ich werde ohne weiteres auf Sie schießen, falls Sie mich daran zu hindern versuchen. Fangen Sie schon an. Sie wollen sich bitte erheben? Ich muss mich überzeugen, dass Sie nicht bewaffnet sind. Das kommt davon, Maiklöckchen, wenn man fremden Männern an die Wäsche geht. Aber wir sehen, was Maiklöckchen so alles zu bieten hat. Püffelleder. Nicht schlecht. Püffelleder. Drei fünf Pfundnoten. Ein griechischer Pass. Fünf Bogen rosa Luftpostpapier. Mit vermutlich arabischen Schriftzeilen. Aha. Ein Artikel über die Morde an Malz und Thursby. Kaufmann von Venedig. Orchesterplatz im Kiri-Theater. Für heute Abend. Nicht schlecht. Drei Taschentücher. Mai-Glöckchen. Eine Taschenohle. Platin. Marke Longine. Ein Füllfederhalter. Aus Silber und Onyx. Ein Metallkamm. Im Futteral. Eine Nagelfeile. Im Futteral. Ein Gepäckschein der Southern Pacific. Ein Bogenschreibpapier des Belvedere. Sie an. Mit meiner Adresse. Ich hätte Sie erschießen können, Mr. Spade. Sie hätten es versuchen können. Ich habe es nicht versucht. Ich weiß. Warum haben Sie mich dann geschlagen, nachdem ich entwaffnet war? Tut mir leid. Aber stellen Sie sich meine Bestürzung vor, als Sie feststellen musste, dass Ihr 5.000-Dollar-Angebot nur aus Luft besteht. Da irren Sie sich, Mr. Spade. Ich bin nach wie vor bereit, 5.000 Dollar für die Rückgabe der Figur zu zahlen. Sie haben sie? Nein. Wenn sie nicht hier ist, warum sollten Sie dann eine ernstliche Verletzung riskiert haben, um mich an der Suche danach zu hindern? Ich soll mich stillhalten, wenn Leute hier reinkommen und mir ihre Kanone unter die Nase halten. Sie haben hier die Adresse meiner Wohnung. Schon dort gewesen? Ja, Mr. Spade. Ich bin zwar bereit zu zahlen, aber es ist doch wohl nur natürlich, dass ich zuerst versuche, dem Eigentümer diese Ausgabe nach Möglichkeit zu ersparen. Wer ist das? Sie werden mir verzeihen müssen, wenn ich Ihnen diese Frage nicht beantworte. In Ihrer Brieftasche ist nichts, was nach 5.000 Dollar aussieht. Ich sehe, Sie wünschen eine Sicherheit für meine Aufrichtigkeit. Ein Vorschuss? Würde das Ihre Zweifel zerstreuen? Vielleicht. Würden, sagen wir, 100 Dollar genügen? Sagen wir 200. Wie Sie wünschen? Erster Tipp war, ich habe den Vogel, da sind Sie auf dem Holzweg. Wie lautet Ihr Zweiter? Dass Sie wissen, wo er sich befindet. Oder dass Sie wissen, wo Sie ihn herkriegen. Abgemacht. Sie zahlen mir meine Auslagen, während ich diesen schwarzen Vogel für Sie auftreibe. Und 5.000 Dollar, wenn ich es geschafft habe. 5.000 Dollar abzüglich sämtlicher Vorschüsse. In Ordnung. Die Sache ist doch legal. Sie hören mich doch nur an, um Ihnen das Ding zurückzuholen. Nach Möglichkeit mit legalen Mitteln. Nach Möglichkeit. Und auf jeden Fall mit Diskretion. Sie erreichen mich im Belvedere, Zimmer 635. Ich hoffe zuversichtlich, Mr. Spade, dass aus unserer Verbindung der größte beiderseitige Nutzen erwächst. Darf ich meine Pistole wieder haben? Gewiss, doch, hatte ich ganz vergessen. Hier. Ich danke Ihnen. Und jetzt wollen Sie bitte Ihre Hände auf der Schreibtischplatte liegen lassen. Ich beabsichtige, Ihre Büroräume zu durchsuchen. Dieser grünen Schnabel. Den ganzen Tag hängt er schon an mir dran. Was darfst du heute sein? Wie immer. Na komm schon, grünen Schnabel. 18 Stockwerke. Hier darfst du suchen. Ich muss nämlich zur Arbeit. Der zu klein geratene Schatten. Bringen Sie gute Nachrichten? Wir brauchen nichts mehr publik zu machen, was nicht schon publik gemacht ist. Die Polizei braucht also nichts von mir zu erfahren? Nein. Wie haben Sie das bloß fertig gebracht? Die meisten Dinge in San Francisco kann man kaufen. Oder sich einfach nehmen. Ich habe Joel Cairo heute getroffen. Sie? Sie kennen ihn? Ich habe ihn heute getroffen. Was hat er gesagt? Worüber? Über mich? Nichts. Er bot mir 5000 Dollar für den schwarzen Vogel an. Und was haben Sie geantwortet? 5000 Dollar ist eine Menge Geld. Natürlich ziehen Sie dieses Angebot nicht ernstlich in Erwägung. Warum nicht? 5000 Dollar ist eine Menge Geld. Aber, Mr. Spade, Sie hatten versprochen, mir zu helfen. Gewiss. Aber haben Sie mit irgendeinem Ton einen schwarzen Vogel erwähnt? Aber Sie müssen es gewusst haben. Sonst hätten Sie es doch jetzt nicht gesagt. 5000 Dollar ist viel mehr, als ich Ihnen jemals bieten könnte. Wenn ich Ihre Loyalität kaufen müsste. Wenn ich Sie schon verhökern muss. Warum nicht an den Maisbietenden? Ich habe Ihnen alles gegeben, was ich habe. Was verlangen Sie denn noch? Kann ich Sie vielleicht mit meinem Körper kaufen? Ich überleg's mir. Verdammt nochmal, das hat doch alles keinen Sinn. Will Ihnen ja helfen. Bis jetzt habe ich getan, was ich konnte. Wenn nötig, mache ich mit verbundenen Augen weiter. Aber ich kann's nicht, wenn ich nicht mehr Vertrauen zu Ihnen haben kann, als jetzt. Ich muss mit Joel Cairo sprechen. Er ist im Theater. Seine Vorstellung ist bald zu Ende. Wir können ihn in seinem Hotel anrufen. Er kann nicht hierher kommen. Er darf nicht wissen, wo ich wohne. Dann bei mir. Glauben Sie, er kommt? Ein G in der Luft. Gut. Dann richten Sie Mr. Cairo aus. Er soll mich gleich nach seiner Rückkehr anrufen. Zu Hause, nicht im Büro. Mein Name ist Spade. Ja, die Nummer hat er. Machen Sie sich's bequem, Miss O'Shaughnessy. In der Zwischenzeit erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die sich vor einigen Jahren im Nordwesten abgespielt hat. Ein Grundstücksmakler namens Flitcraft hatte eines Tages sein Büro in Tacoma verlassen, um zum Lunch zu gehen und war nicht mehr zurückgekommen. Eine Verabredung zum Golf für kurz nach vier hat er nicht eingehalten, obwohl er selbst dieses Spiel angeregt hatte, eine knappe halbe Stunde vor dem Lunch. Frau und Kinder sahen ihn nie wieder. Es hieß, er und seine Frau hätten sich ausgezeichnet verstanden. Er hatte zwei Jungen, der eine fünf, der andere drei. Das Haus in einem Vorort von Tacoma gehörte ihm, genauso wie ein neuer Packet und er besaß alles, was sonst noch zum Leben eines erfolgreichen Amerikaners gehört. Charles Flitcraft hatte 70.000 Dollar von seinem Vater geerbt und durch sein Grundstücksgeschäft auf rund 200.000 Dollar vermehrt. Seine Angelegenheiten waren geordnet, wenn auch nicht im Hinblick auf sein Verschwinden. Ein Geschäft, das ihm einen ansehnlichen Gewinn eingebracht hätte, stand zum Beispiel einen Tag vor dem Abschluss. Nichts ließ darauf schließen, dass er mehr als 50 oder 60 Dollar in der Tasche gehabt hatte. Er verschwand einfach, wie eine Faust, wenn man die Hand aufmacht. Ja, Mr. Cairo, hier ist Spade. Können Sie zu mir nach Hause kommen? Ja, jetzt gleich. Ja, das glaube ich schon. Miss O'Shaughnessy ist hier und möchte mit Ihnen reden. Gut, dann bis gleich. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Also, das war 1922. Und 1927, ich arbeitete gerade für eine der großen Detektivagenturen in Seattle, kam eines Tages Mrs. Flitcraft in unser Büro und erzählte, jemand hätte in Spokane einen Mann gesehen, der ganz wie ihr Ehemann aussehe. Ich fuhr rüber. Ich fuhr rüber. Er kam an einem Geschäftshaus vorbei, das gerade gebaut wurde. Ein Balken oder sowas fiel vom achten oder zehnten Stock herunter und knallte direkt neben ihm auf den Bürgersteig. Er berührte ihn nicht, schlug aber ein Stück Stein vom Bürgersteig ab, das flog hoch und traf ihn an der Wange. Es riss ihm nur ein Stück Haut ab, aber als ich ihm begegnete, hatte er noch die Narbe. Er bekam einen fürchterlichen Schreck, wie er sagte. Aber es war mehr der Schock. Ihm war, als hätte jemand den Deckel vom Leben abgehoben und ihn einen Blick ins Getriebe werfen lassen. Flitcraft war ein guter Bürger, Ehemann und Vater. Das Leben, das er kannte, war eine saubere, ordentliche, vernünftige, verantwortungsvolle Angelegenheit. Und jetzt hatte ein herabstürzender Balken ihn gezeigt. Dass das Leben nichts von alledem war. Er, der gute Bürger, Ehemann und Vater, konnte rein zufällig von einem herabstürzenden Balken ausgelöscht werden. Da ging ihm auf, dass Menschen durch Zufälle sterben und nur leben, solange der blinde Zufall sie verschont. Was ihn aufregte, war die Entdeckung, dass er in der Ordnung seiner Angelegenheiten, die Harmonie mit dem Leben nicht erreicht, sondern verlassen hat. Er sagte, noch ehe er sechs Schritte von dem Balken weitergegangen war, hätte er gewusst, dass er nie wieder Frieden findet, solange er sich nicht auf diese neue Erkenntnis eingestellt hätte. Der blinde Zufall konnte sein Leben durch einen Balken beenden. Genau so zufällig wollte er sein Leben ändern, indem er einfach davonging. Er fuhr an diesem Nachmittag nach Seattle und von dort mit dem Schiff nach San Francisco. Zwei Jahre wanderte er herum, zog in den Nordwesten zurück, ließ sich in Spokane nieder und heiratete. Seine zweite Frau sah der ersten nicht ähnlich, aber in der Art waren beide ähnlicher als verschieden. Jene Art von Frauen, die ganz gut Golf und Britt spielen und sich für neue Salatrezepte interessieren. Er bedauerte nicht, was er getan hatte. Es schien ihm ganz vernünftig zu sein. Ich glaube, ihm kam überhaupt nicht zu bewusst sein, dass er wie selbstverständlich in dasselbe Gleis geraten war, das er in Tacoma fluchtartig verlassen hatte. Erst hat er sich auf herabstürzende Balken eingestellt, dann sind keine mehr herabgestürzt, und prompt hat er sich darauf wieder eingestellt. Draußen steht ein Junge und beobachtet das Haus, Mr. Spade. Wie soll ich das verstehen? Ich hätte mir denken können, dass er wieder auftaucht. Hat er Sie reinkommen sehen? Natürlich! Meinen Sie sich deshalb keine Sorgen, dann kommen Sie rein, Cairo. Es hat keinen Sinn, alles den Nachbarn vorzubeten. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen, Mr. Shaughnessy. Das glaube ich Ihnen gern, Joel. Sam hat mir von Ihrem Angebot für den Falken erzählt. Wie rasch können Sie das Geld flüssig machen? Ich kann es ohne weiteres bis, sagen wir, morgen Vormittag halb elf beschaffen. Also? Ich habe den Falken nicht. Aber? Aber in spätestens einer Woche habe ich ihn. Für wen wollen Sie ihn denn kaufen? Das habe ich schon Mr. Spade gesagt. Für seinen Eigentümer. Sie sind also zu ihm zurück? Das war die logische Entwicklung. Warum, wenn ich mir eine Gegenfrage erlauben darf, wollen Sie an mich verkaufen? Weil ich Angst habe nach dem, was Floyd zugestoßen ist. Das ist auch der Grund, warum ich den Falken jetzt nicht habe. Ich habe Angst, ihn auch nur anzurühren, außer um ihn unverzüglich jemand anders auszuhändigen. Wie ist das mit Floyd eigentlich passiert? Das große G? Aha. Ist er hier? Ich weiß nicht. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Es könnte einen himmelweiten Unterschied bedeuten. Für Mr. Spade. Oder für mich. Oder für Sie. Und ganz bestimmt für den Jungen vor dem Haus. Ja. Wenn es nicht der ist, den Sie in Konstantinopel hatten. Den Sie nicht vernaschen konnten. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Sie Hand an mich legen, Mr. Spade. Ja. Und wenn man Ihnen eine scheuert, werden Sie sich damit abfinden. Wer ist das? Ich weiß nicht. Warten Sie ruhig. Hallo Sam. Wir dachten, du bist vielleicht noch auf. Gute Zeit für Hausbesuche. Worum geht's diesmal? Wir wollen mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Wir müssen das doch nicht hier im Stehen machen, oder? Ihr könnt nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Tom, willst du Gewalt anwenden? Sie sollen Archer mit seiner Frau betrogen haben. Klingt, als ob Sie es gerade ausgedacht haben. Dann ist also nichts dran? Nicht das Geringste. Sie soll versucht haben, ihn zur Scheidung zu überreden, damit sie zu Ihnen kann. Aber er wollte nicht. Ist da auch nichts dran? Nein. Er soll sogar deswegen umgebracht worden sein. Dann bricht aber Ihre erste Theorie zusammen. Dass ich Thursby umgelegt habe, weil er Miles umgelegt hat. Obwohl, Sie haben recht. Ich könnte Miles umgelegt haben, um seine Frau zu bekommen. Und dann Thursby, um ihm den Mord an Miles anzuhängen. Hör schon auf, Sam. Wir machen schließlich nur unsere Arbeit. Ich hoffe nur, ihr habt noch was an... Schätze, wir dürfen jetzt doch rein. Faule Fische. Das hat Sie getan. Sehen Sie Blut. Blut. Waren Sie das? Ich war allein mit ihm im Zimmer. Er hat mich angegriffen. Ich habe versucht, ihn abzuwehren. Ich brachte es nicht fertig, auf ihn zu schießen. Sie lügt. Sie lügt. Ich bin völlig arglos hierher gekommen und bin von beiden angegriffen worden. Und als Sie dann gekommen sind, ist er hinaus und hat sie hier mit der Pistole zurückgelassen. Und dann haben Sie gesagt, Sie töten mich, wenn Sie wieder gegangen sind. Und da habe ich um Hilfe gerufen. Und da hat sie mir die Pistole über den Kopf gehauen. Geben Sie mir erst mal das Ding. Na und jetzt Klartext. Wozu sind Sie hier? Er hat mich gebeten, herzukommen. Was wollte er? Er hat gesagt, er will mit mir reden. Worüber weiß ich nicht. Na schön. Und dann? Dann sind Sie auf mich los. Erst hat sie mich geschlagen, dann hat er mir den Arm umgedreht und mir die Pistole aus der Tasche genommen. Und dann ist er raus und hat die Pistole hier gelassen, damit sie auf mich aufpasst. Er lügt. Ich glaube, wir liegen nicht verkehrt, wenn wir alle aufs Revier mitnehmen. Nur nichts über allen. Alles lässt sich erklären. Was bringst du fertig? Miss O'Shaughnessy, darf ich Ihnen Lieutenant Dundee und Detective Sergeant Paul House vorstellen? Miss O'Shaughnessy arbeitet als Agentin für mich. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe sie erst kürzlich engagiert, gestern. Und das hier ist Mr. Joel Cairo, ein Freund. Oder zumindest ein Bekannter von Floyd Thursby. Er kam heute Nachmittag zu mir. Er wollte, dass ich etwas für ihn ausfindig mache, was Thursby bei sich gehabt haben soll, als er umgelegt wurde. Ich habe die Geschichte mit Miss O'Shaughnessy besprochen. Wir dachten, wir könnten vielleicht etwas über die Morde an Miles und Thursby aus ihm herausbekommen. Und deshalb haben wir ihn gebeten, herzukommen. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Versuchen Sie es doch mal mit den Tatsachen. Die Tatsachen? Schluss jetzt! Sie brauchen lediglich eine Aussage zu machen, dass die beiden Sie verprügelt haben. Das reicht für einen Haftbefehl. Na los, Cairo! Machen Sie Ihre Aussage und dann machen wir unsere Aussage. Und dann hat er uns alle da, wo er uns haben will. Nehmen Sie Ihre Hüte! Na Kinder, war das nicht eine prächtige Vorstellung? Nehmen Sie Ihre Hüte! Merken Sie eigentlich nicht, wenn Sie auf den Arm genommen werden. Sam! Los! Ab ins Präsidium! Und dann werden Sie morgen in jeder Zeitung von San Francisco ausgelacht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass einer von uns gegen den anderen aussagt. Wachen Sie auf, Lieutenant! Als es geklingelt hat, habe ich den beiden gesagt, das sind schon wieder die Bullen. Langsam fallen sie mir auf die Nerven. Wir werden sie ein bisschen hochnehmen. Sam, hör auf! Wenn ihr sie fortgehen hört, schreit einer von euch... Hör auf damit, Sam! Und die Platzwunden? An seiner Stirn und seinem Mund? Fragen Sie ihn doch. Vielleicht hat er sich beim Rasieren geschnitten. Ich bin... gefallen. Ich bin über die Teppichkante gestolpert und gefallen, während wir so taten, als ob wir miteinander kämpfen. Faule Fische. Damit kommen Sie nicht durch. Sie haben um Hilfe gebrüllt und jetzt werden Sie sie annehmen. Nein, nein, Sir, es war ein Scherz. Er hat gesagt, Sie wären Freunde und würden das schon verstehen. Sie nehme ich auf jeden Fall wegen unerlaubten Waffenbesitzes fest. Und die beiden anderen nehme ich mit, um zu sehen, wer über diesen Scherz lacht. Stellen Sie sich nicht noch dümmer an, als Sie... Nein, nicht, Sam! Um Himmels Willen! Dann... bring ihn hier raus. Auf der Stelle. Wenn Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie hinaus. Bridget. Kindisch, was? Ich weiß. Aber ich kann es nun mal nicht ausstehen, wenn man mich schlägt. Ohne, dass ich zurückschlagen kann. Benehmen Sie sich immer so großspurig? Ich hab mich von ihm schlagen lassen, oder nicht? Er ist schließlich Polizeibeamter. Was haben Sie mit Kairo angestellt? Nichts. Und dabei haben Sie ihm die Pistole über den Schädel gehauen. Er hat mich angegriffen. Jetzt haben Sie Ihre Unterhaltung mit Kairo gehabt. Jetzt können Sie mir gegenüber den Mund aufmachen. Oh ja. Natürlich. Also. Müssen Sie dazu Ihren Arm um mich legen? Nein. Sie sind völlig unberechenbar. Ich bin immer noch... ganz ohr. Ich muss jetzt gehen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Nicht, ehe Sie sie mir erzählt haben. Schauen Sie doch auf die Uhr. Außerdem dauert es Stunden. Dann dauert es eben Stunden. Außerdem ist draußen noch der grün Schnabel. Glauben Sie, er steht immer noch vor dem Haus? Damit muss man rechnen. Könnten Sie das nicht feststellen? Ich könnte runter... nachsehen. Oh, das ist... Bitte. Tun Sie's. Aber... seien Sie vorsichtig. Kein grün Schnabel zu sehen. Er ist immer noch da. Wir haben also Zeit zum Reden. Sie sind ein hartnäckiger Mensch. Was ist nun mit diesem Vogel, der alle so auf die Palme bringt? Ach. Ich hab das alles so satt. Am liebsten würde ich gar nicht mehr darüber reden. Ich hab Angst vor ihnen. Und das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Doch. Ich kenne zwei Männer, vor denen ich Angst habe. Und beide habe ich heute Abend gesehen. Dass Sie vor Kairo Angst haben, kann ich verstehen. Gegen den können Sie mit Ihren Waffen nichts ausrichten. Und gegen Sie schon? Hm. Sie können's ja versuchen. Es ist ein Vogel. Glatt und glänzend. Die Figur eines Habichts oder Falken. Ungefähr 30 Zentimeter hoch. Was macht ihn so wertvoll? Ich weiß nicht. Sie wollten's mir nicht erzählen. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich Ihnen helfe. Später, nachdem wir uns von Joel getrennt hatten, versprach mir Floyd 750 Pfund. Auf welche Weise sollten Sie helfen? Die Figur von dem Mann zu kriegen, der Sie besaß. Einem Russen namens Kimidov. Das war in Konstantinopel. Marmara. Weiter. Was geschah dann? Das ist alles. Ich hab's Ihnen doch schon erzählt. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich Ihnen helfe, und ich hab's getan. Und dann fanden wir heraus, dass Joel Kairo uns reinlegen wollte. Da sind wir ihm zuvor gekommen und haben dasselbe mit ihm gemacht. Aber damit war ich kein Haar besser dran. Denn Floyd hatte nicht die leiseste Absicht, mir mein Geld zu geben. Und deshalb bin ich zu Ihnen, damit Sie mir helfen, herauszubekommen, wo der Falke ist. Sie lügen. Sie lügen wunderbar. Klar. Ich lüge. Ich lüge immer. Ich habe immer gelogen. War wenigstens etwas an Ihrem Garn. Etwas? Wie viel? Nicht sehr viel. Wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Versuchen wir es nochmal. Ich bin so müde. Ich habe alles so satt. Mich. Das Lügen. Das Lügen erfinden. Am liebsten würde ich. Ich bin so müde. Der Malteser Falke Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett aus dem Amerikanischen von Peter Naujak Erster Teil Ersprachen Sam Spade Dieter Laser Bridget O'Shaughnessy Susanna Fernandes-Genebra Joel Cairo Jens Wawracek Effi Perrine Sascha X Miles Archer Klaus Spürkel Ivor Archer Ellen Schulz Lieutenant Dandy Hans-Jürgen Geert Detektiv Detektiv Sgt Polhaus Peter Dierschauer Schilling Götz Argus Polizist Gerd Andresen Kellner Andreas Serdar und Sprecher Matthias Brüggemann Ton Roland Seiler Technik Regine Schneider Regieassistenz Birgit Kehrer Musik Gerd Bessler Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer Produktion Südwestfunk Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1996 Lügt wie getrankt Das mit Klasse Was immer sie mir auftisch ist es gelogen Deshalb muss ich wissen woran ich bin Deshalb stelle ich ihre Bruder auf den Kopf Wenn sich die Lady von der Nacht erholt In meinem Bett Kleine Spur Nicht die geringste Spur des Falten Drei Parteien sind hinter ihm her So viel ist mir inzwischen klar Die Lady Miss O'Shaughnessy Alice Wanderley Alice Leblanc Dann mein Glöckchen Cairo Und zuletzt Unser großer Unbekannter Das große G Was macht den Vogel so wertvoll? Keine Ahnung Keine Ahnung Für wen arbeiten sie? Keine Ahnung Wie man's dreht und wendet Sie sind alle hinter dem einen her Der Malteser Falke Hörspiel in zwei Teilen Nach dem Roman von Dashiell Hammett Aus dem amerikanischen von Peter Naujak Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer Zweiter und letzter Teil Nein Nein noch nicht Ich Ich sagte doch Ich hab's ihm schon Ja Ich richte ihm aus Dass er sie anrufen soll Ja Miss O'Shaughnessy Ja sobald er kommt Morgen Engelchen Das ist jetzt schon das dritte Mal Dass sie heute Morgen anruft Ihre Miss O'Shaughnessy ist drin Sie wartet Seit kurz nach neun Sonst noch was? Sergeant Paul House hat angerufen Aber keine Nachricht hinterlassen Und G hat angerufen Wer? G Mehr hat er nicht verraten Und dann hat er gesagt Wenn Mr. Spade zurückkommt Wollen Sie ihn bitte ausrichten Dass G Der seine Nachricht erhalten hat Angerufen hat Und später wieder anrufen wird Danke mein Schatz Versuch mal Ob du Paul House an die Strippe kriegst Sam Jemand ist in meinem Apartment gewesen Alles ist durchgewühlt Was gestohlen? Ich glaub nicht Ich weiß nicht Ich hatte solche Angst zu bleiben Bestimmt ist dir dieser Junge Gestern doch gefolgt Und du hast es nicht bemerkt Glaub ich nicht Mein Engel Allerdings Ich möchte gern wissen Ob das Kairo gewesen sein kann Er war die ganze Nacht Nicht in seinem Hotel Und ist erst vor ein paar Minuten Zurück gekommen Du bist heute Morgen zu Joel? Ja Warum? Weil ich in dieser Geschichte Ja irgendwo Weitermachen muss, oder? Und nun müssen wir erstmal Für dich eine neue Bleibe finden Ins Coronet gehe ich jedenfalls nicht mehr Ich glaube ich hab's Augenblick Sergeant Paul House ist nicht in seinem Büro Ich versuch's nochmal Später Was sagt deine weibliche Intuition? Ist sie eine Madonna? Oder sowas in der Art? Oh Ich Ich glaube Egal in was für Schwierigkeiten Sie sich befindet Dass sie absolut astrein ist Wenn es das ist, was sie meinen Hältst du so viel von ihr, dass dir helfen würdest? In welcher Form? Könntest du sie für ein paar Tage unterbringen Bei mir? Ja In ihrer Bude ist eingebrochen worden Für sie schon der zweite Einbruch in dieser Woche Es wäre besser, wenn sie nicht allein wohnt Ist sie wirklich in Gefahr, Sam? Ich glaube schon Nimm mein Taxi Aber pass auf, dass du nicht verfolgt wirst Ich werd sie etwas später nachschicken Und aufpassen, dass ihr niemand folgt Der fette Mann Hallo? Ja, hier ist Sam Spade Mr. Gutman, oh ja Ja, ist mir ausgerichtet worden Hab schon auf ihren Anruf gewartet Jetzt gleich Je eher, desto besser Alexandria 12C In Ordnung Sagen wir In 15 Minuten In Ordnung Wir fangen gut an, mein Lieber Ich misstraue einem Mann Der beim Einschenken genug sagt Wenn er sich vorsehen muss Nicht zu viel zu trinken Dann deswegen Weil man ihm nicht trauen kann Wenn er's tut Also, mein Lieber Auf offenes Sprechen Und Gute Verständigung Sie sind ein zugeknöpfter Mensch? Ich rede gar Das kommt ja immer besser Ich misstraue einem zugeknöpften Menschen Er sucht sich gewöhnlich den verkehrten Augenblick zum Reden Und sagt dann meistens auch noch das Verkehrte Wohl überlegt kann man nur reden, wenn man sich darin in Übung hält Wir werden gut miteinander auskommen Mein Lieber Wollen wir über den Vogel reden? Sie sind der richtige Mann für mich Aus dem gleichen Holz wie ich Nicht lange auf den Busch klopfen, sondern ohne Umschweife zur Sache Diese Art zu verhandeln gefällt mir Aber zuerst beantworten Sie mir eine Frage Nur damit wir uns von Anfang an richtig verstehen Sie sind hier Als Miss O'Shaughnessys Vertreter Dazu kann ich weder Ja noch Nein sagen Kommt drauf an Und worauf kommt es an? Wenn ich das wüsste, könnte ich Ja oder Nein sagen Verstehe Vielleicht kommt es auf Jewel Cairo an Vielleicht Man könnte also sagen, dass sich die Frage stellt, wen von beiden Sie vertreten Könnte man so sagen Jedenfalls wird es einer von beiden sein Das habe ich nicht gesagt Wer käme sonst noch in Frage? Ich bin ja auch noch da Fabelhaft Einfach fabelhaft Mir gefällt ein Mann, der einem gerade heraus sagt Dass er auch an seinen eigenen Vorteil denkt Reden wir über den Vogel Also gut, Mr. Spade Haben Sie eine Vorstellung, wie viel man für diesen schwarzen Vogel bekommen kann? Nein Sie meinen, Sie wissen gar nicht, um was Es sich handelt? Naja, ich weiß, wie er aussehen soll Seinen Wert kenne ich nicht Sie hat es Ihnen nicht erzählt? Nein Und Cairo hat es Ihnen auch nicht erzählt? Cairo ist viel zu durchtrieben Wie viel wird er denn dafür ausgeben? Zehntausend Dollar Zehntausend? Und dazu noch Dollar Da haben Sie den Griechen Vielleicht wissen es die beiden wirklich nicht Wenn Sie es nicht wissen, bin ich der Einzige, der es weiß Ich bin froh, mich an die richtige Adresse gewandt zu haben Bei Gott, mein Lieber, Ihr Glas ist ja leer Also, mein Lieber Es ist zwar erstaunlich, kann aber gut sein, dass keiner der beiden weiß, was der Vogel eigentlich darstellt Und dass es damit kein Mensch auf der ganzen Welt weiß Ausgenommen einzig und allein Ihr sehr ergebener Diener Caspar Gatman Wohlgeboren Na prima Und wenn Sie es mir erzählt haben, sind wir zwei die Einzigen, die Bescheid wissen Mathematisch absolut richtig, mein Lieber Nur bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es Ihnen erzähle Seien Sie doch kein Narr Sie wissen, was er ist Ich weiß, wo er ist Deshalb sind wir ja hier Und wo, mein Lieber, ist er Sehen Sie, ich soll Ihnen sagen, was ich weiß Aber Sie wollen mir nicht sagen, was Sie wissen Ich glaube kaum, dass wir auf diese Weise ins Geschäft kommen Wozu stehlen Sie mir meine Zeit, Sie mit Ihrem Geheimnis? Ich weiß zum Beispiel genau, was das Schatzamt in seinen Stahlkammern hat Aber was nützt mir das? Ich kann auch ohne Sie auskommen Irgendein Problem, Mr. Gatman Keine Sorge, Wilmer Mr. Spade möchte sich nur verabschieden Noch was, Mr. Gatman Halten Sie mir Ihren grünen Schnabel vom Leib Wenn er mir das nächste Mal nachgeht, passiert ihm was Also, mein Lieber Ich muss schon sagen, Sie haben ziemlich schlechte Laune Laune Überlegen Sie sich's und überlegen Sie schnell Bis 5.30 Uhr haben Sie Zeit Dann sind Sie drin oder draußen Was ist passiert? Was ist wo passiert? Warum ist sie nicht gekommen? Sie ist nicht angekommen Ich hab gewartet und gewartet Und da ich sie telefonisch nicht erreicht habe, bin ich wieder ins Büro Haben Sie sie mit einem Taxi geschickt? Klar Sind Sie sicher, dass sie... Jemand muss hier gefolgt sein Niemand ist dir nah Ich bin doch kein Anfänger Ein Dutzend Blocks bin ich mitgefahren Ja, aber... Aber sie ist nicht angekommen Das hast du mir gesagt Ich geh jetzt los Sie suchen Und ich werd sie finden Und wenn ich Gullideckel abheben muss Bleib hier, bis ich zurückkomme oder anrufe Verdammt noch mal Lass uns wenigstens einmal was richtig machen Du weißt hoffentlich, dass du dich gar nicht um mich kümmern musst Wenn ich so wie eben mit dir rede Ich bin gegen Mittag mit einer Dame in ihr Taxi gestiegen Wir sind die Stocken runter Und die Sacramento rauf bis zur Jones Street Dort bin ich ausgestiegen Stimmt Ich erinnere mich Sie sollten sie zu einer bestimmten Hausnummer in der 9. Avenue bringen Wo haben sie sie abgesetzt? Das weiß ich nicht Frischt das ihr Gedächtnis wieder auf? Wenn sie ganz sicher gehen wollen Fahren wir zu ihrer Einsatzstelle Und holen uns die Genehmigung ihres Fahrleiters Ich hab sie zum Fährhaus gebracht Auf ihr Verlangen Was denn sonst? Sie ist nicht vorher noch woanders hin? Nein Moment mal An der Polk Street Hat sie an die Scheibe geklopft und wollte eine Zeitung Ich hab gehalten und einen Jungen gepfiffen Und der hat ihr die Zeitung geholt Was für eine? Den Call Und dann bin ich weiter die Sacramento runter Und an der Kreuzung Van Ness Klopft sie wieder an die Scheibe Und will zur Fährstation Und dann? Nichts Sie hat bezahlt und ist los Mit der Zeitung? Ja Mit der rosa Seite nach außen Oder einer der Weißen? Also das hab ich mir nicht gemerkt Unter Verdacht der Falschmannsherr Selbstmordversuch eines jungen Mannes Mit Drei Jungen als Einbrecher nach Schießerei Wirtschaft und Finanzen Schifffahrt Rohstoffe Scheidungen Geburten Eheschließungen Todesfälle Er will Sie sprechen Kommen Sie mit Ich hab dich nicht vor 5.25 Uhr erwartet Er will Sie sprechen Ich hoffe nur, du hast deine Windeln gewechselt Das kaiserliche Geschenk Mein Lieber, ich darf Sie wohl Um Entschuldigung Held mir von dem schwarzen Vogel Na schön, mein Lieber Es wird die erstaunlichste Geschichte sein Die Sie je gehört haben Was wissen Sie über den Orden des Hospitals Zu St. Johannes in Jerusalem Später Ritter von Rodos Oder Rodiserorden genannt Auch als Johanniter Und Malteserorden bekannt Nicht gerade viel Sie erinnern sich wohl nicht Dass Sulaiman der Prächtige Sie von Rodos vertrieb Dass Sie in der Neujahrsnacht 1523 verlassen mussten Nein, ich erinnere mich nicht So war es aber Und Sie ließen sich zunächst In Messina auf Sizilien nieder Und dort blieben Sie Sieben Jahre Bis 1530 Als Kaiser Karl der Fünfte Sich überreden ließ Ihnen Malta Samt Gozo Comino Und Tripolis Als Lehen zu überlassen 1530 Jawohl, mein Lieber Aber unter folgenden Bedingungen Sie sollten dem Kaiser alljährlich Als Tribut Einen weißen Falken Als symbolische Bestätigung Der weiteren Abhängigkeit Maltas von der spanischen Krone senden Und wenn Sie jemals die Insel verließen Sollten diese an Spanien zurückfallen Verstehen Sie? Alles klar Haben Sie eine Vorstellung Von dem unermesslichen Reichtum Des Ordens zu jener Zeit? Sie waren, glaube ich Ganz gut betucht Sehr gelinder Ausgedrückt Sie wälzten sich förmlich In ihren Schätzen Wir alle wissen doch Dass es Ihnen Wie auch den Templern Bei den Kreuzzügen In der Hauptsache Ums Beutemachen ging Nun also Kaiser Karl Hatte ihnen Malta überlassen Und als Lehnsgabe Verlangte er nichts Als jährlich einen Vogel Was war da naheliegender Als sich zu überlegen Auf welche Art Sie ihre Dankbarkeit Ausdrücken könnten Sie hatten den glücklichen Einfall Karl für das erste Jahr Einen prachtvollen goldenen Falken zu senden Von Kopf bis Fuß Mit den schönsten Edelsteinen Aus ihren Schatztruhen besetzt Das sind Tatsachen Historische Tatsachen Die Archive des Ordens Vom 12. Jahrhundert an Befinden sich immer noch Auf Malta Großmeister Villiers de Lila Don Ließ diesen Fußhohen Vogel Von türkischen Sklaven Im Castel San Angelo Anfertigen Und schickte ihn an Karl Nach Spanien Die Galera hat Spanien nie erreicht Sie haben von Barbarossa Rotwart Scheridin gehört Nein Ein berüchtigter Seeräuber Admiral im Dienste der Türken Der mein Lieber Hat die Galera des Ritters gekapert So kam der Vogel nach Algier Eine Tatsache Die der französische Historiker Pierre Don In einem seiner frühen Briefe Aus Algier erwähnt Er schrieb Der Vogel sei dort Fast 100 Jahre gewesen Bis er von Sir Francis Verney erbeutet wurde Dem englischen Seeräuber In den Memoiren Der Familie Verney Im 17. Jahrhundert Von Lady Francis Verney Steht allerdings nichts Über den Vogel Es ist ziemlich sicher Dass Sir Francis ihn nicht mehr besaß Als er starb Er war nämlich völlig verarmt Es gibt aber keinen Zweifel Dass der Vogel Nach Sizilien gekommen ist Von dort gelangte er In den Besitz Von Victor Amadeus II Kurz nachdem er 1713 Zum König gekrönt worden war Und der schenkte ihn seiner Frau Als er nach seiner Abdankung In Chambéry heiratete Auch das Eine Tatsache Caruti Der Autor der Storia Del Regno di Vittorio Amadeus II Hat sich dafür verbürgt Als nächstes Tauchte er im Besitz Eines Spaniers auf Der bei der Armee gedient hatte Die im Jahre 1734 Neapel einnahm Das Vaters von Don José Monino Eredondo Graf von Florida Blanca Der Kabinettschef Karls III war Nichts spricht dagegen Dass er wenigstens Bis zum Ende des ersten Karlistenkrieges Um 1840 In dieser Familie geblieben ist Dann tauchte er In Paris auf Das um diese Zeit Nur so von Karlisten Wimmelte Die aus Spanien Hatten fliehen müssen Wer auch immer Ihn mitgebracht hatte Muss vom tatsächlichen Wert des Falten Nichts gewusst haben Man hat den Falten Nämlich als Vorsichtsmaßnahme Bemalt oder emaliert So dass er jetzt Nach nichts mehr Als einer interessanten Schwarzen Statuette Aussah Und in dieser Maske Wurde er 70 Jahre In Paris Regelrecht herumgeschubst In den Gossen von Paris Bis er im Jahre 1911 Von einem griechischen Händler Namens Harry Laos Konstantinides In einem obskuren Laden Entdeckt wurde Harry Laos Es brauchte nicht lange Um herauszufinden Was es war Um es zu erwerben Ich bekam Wind Von der Sache Und hab auch das meiste Aus ihm herausgequetscht Um den Vogel zu sichern Ließ Harry Laos Ihn neu mit Lack Überziehen Anscheinend so Wie er heute ist Genau ein Jahr Nachdem er ihn erworben hatte Ungefähr drei Monate Nachdem ich ihn dazu gebracht hatte Sich mir anzuvertrauen Schlug ich in London Die Times auf Und las Das in sein Geschäft Eingebrochen Und er dabei ermordet worden Am nächsten Tag War ich in Paris Der Vogel war verschwunden Siebzehn Jahre Hab ich gebraucht Um den Vogel Wieder ausfindig zu machen Ich habe seine Spur Bis zum Haus Eines russischen Generals Eines gewissen Chemidov In einem Vorort Von Konstantinopel Verfolgt Er hatte keine Ahnung Was er eigentlich besaß Seine angeborene Wiederborstigkeit War wohl der Grund Warum er ihn mir Nicht verkaufen wollte Als ich ihm ein Angebot Machte Deshalb schickte ich Agenten los Um den Falken zu besorgen Nun mein Lieber Wie Sie wissen Haben Sie ihn besorgt Bloß habe ich ihn nicht Aber ich werde ihn haben Ihr Glas Mein Lieber Dann gehört der Vogel Also Generalkamidorf Ein Stück von solchem Wert Das auf solche Weise Von Hand zu Hand Gegangen ist Gehört ganz offensichtlich Demjenigen Der es sich anzueignen Versteht Dann gehört der Falke Jetzt Miss O'Shaughnessy Lediglich in ihrer Funktion Als meiner Beauftragten Ach so Und Es besteht kein Zweifel Dass sie ihn jetzt besitzt Kaum Und wenn ich fragen darf Wo? Das kann ich nicht sagen Mr. Spade Wo ist Miss O'Shaughnessy Jetzt? An einem sicheren Ort Das glaube ich Ihnen Aufs Wort Aber ich vergesse Ihr ganz Unsere Stärkung Ich habe Ihnen Zwei Vorschläge Zu machen Und beide Sind fair Ich gebe Ihnen 25.000 Dollar Wenn Sie mir Den Falten ausliefern Und Weitere 25.000 Wenn ich In New York Angekommen bin Oder ich gebe Ihnen 25% dessen Was ich für den Falten Herausholen kann Wie viel Könnte das sein? Oh Sagen wir Eine halbe Million Dann wäre der Fogel Er Zwei Millionen Wird Ja Das ist Ein Riesenhaufen Kies Das ist ein Riesenhaufen Kies Mr. Spade Wilmer? Mr. Gutman? Mr. Spade hat sich verabschiedet Schaff ihn weg Schaff ihn weg La Paloma Endlich sind Sie zurück Sechs Uhr früh Wieso bist du hier? Sie haben mir doch gesagt Ich soll warten Ihr Kopf Was ist denn passiert? Ich bin gestürzt Oder niedergeschlagen worden Ich weiß nicht Ich habe jemanden besucht Bekam Lockout-Tropfen In den Whisky Und fand mich Gute zwölf Stunden später Auf dem Boden Eine Herren Toilette wieder Ich hole einen Arzt So schlimm ist es auch wieder nicht Bloß die Kopfschmerzen Irgendwas Neues? Haben Sie Miss O'Shaughnessy gefunden? Noch nicht irgendwas Neues Ein junger Mann war da Mit einer Nachricht Mr. Gutman freut sich Noch vor halb sechs Mit Ihnen reden zu können Die Nachricht habe ich erhalten Und die Kopfschmerzen davon Ich gehe jetzt frühstücken Morgens, Sam Setz dich Isst ein Ei mit Donnerwetter, die hätte jemand Ordentlich eine verpasst Danke, Luke Hab schon gefrühstückt Nachtschicht Ja War nichts los War Cairo heute Nacht hier? Der Typ von 635 Genau Der war nicht auf seinem Zimmer Wie stehen die Chancen Sein Zimmer unter die Lupe zu nehmen? Sofort Die Chancen stehen sehr gut Was suchen wir eigentlich? Wenn ich das wüsste Sam Ich will ja nicht dringeln, aber Schon gut, Luke Nur noch der Papierkorb Der Call Von gestern Da fehlt ja ein Stück Heute angekommen 5.05 Capac Von Astoria 5.06 Alborado Von Brandon Sieht so aus Als ob der feine Herr Sich für ein Schiff interessiert Ja Von gestern Seite 35 Links unten Spalte Heute angekommen Haben Sie's Nach 5.06 Ja Weiter Ja 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 Moment Das letzte nochmal 8.05 La Paloma Von Hongkong Das war's Und vielen Dank Kani 1401 Bitte Hallo Ja Ich hätte gern eine Auskunft An welchem Pier Liegt die Paloma? Ja La Paloma Gestern eingelaufen 8.05 Aus Hongkong Danke Der dritte Mord Was ist mit Miss O'Shaughnessy? Hab ich verpasst Aber sie war dort Wo? Auf der Paloma Ist das nicht das Schiff Auf dem es heute Morgen gebrannt hat? Ja Wurde gerade von der Pier weggeschleppt Und Miss O'Shaughnessy? Sie ist gestern Mittag an Bord Direkt aus dem Taxi Der Kapitän war nicht da Er ist Jakobi Sie hat auf ihn gewartet Um 4 kam er zurück Von da an bis zum Abendessen Sind sie zusammengeblieben In der Kajüte Und sie hat mit ihm gegessen Nach dem Abendessen Bekamen Jakobi Noch drei andere Besucher Gutmann Kairo Und Wilma Der Grünschnabel Der dir gestern Gutmanns Nachricht überbracht hat Es ist schwer Irgendwas aus der Mannschaft rauszuholen Aber die 5 bekamen Krach Naja Um Mitternacht sind sie alle los Der Kapitän ist seitdem nicht mehr zurück Und der Brand? Keine Ahnung Das Feuer wurde am späten Vormittag Wo ist es spät? Sie wissen Sam! Schließ die Tür ab! Ist er Ja Müssten wir nicht Nein Ehe wir was unternehmen Muss ich's mir gut überlegen Weit kann er nicht gekommen sein Mit den Löchern im Bauch Mal sehen was in dem Päckchen ist Meinen Sie er ist es? Das werden wir gleich wissen Wir haben das verdammte Ding Hallo? Ja Wer? Oh Ja 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 Bleiben Sie doch am Apparat Hallo? 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 Das war Miss O'Shaughnessy Sie braucht sie Sie ist im Alexandria Sie ist in Gefahr Zuerst muss ich mich um ihn kümmern Sie müssen zu ihr Verstehen Sie denn nicht? Er half ihr Und man hat ihn umgebracht Und jetzt ist Sie müssen zu ihr Also gut Sobald ich weg bin Rufst du die Polizei an Erzählen was passiert ist Aber ohne Namen Du weißt von nichts Den Anruf hab ich angenommen Und vergiss das Paket Erzähl alles wie es war Aber vergiss das Paket Ja 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 Sam Wissen Sie wer er ist? Vermutlich Jacoby Der Kapitän der Paloma Mr. Spade? Ja? Helfen Sie Helfen Sie Samstagabend Nein Nein Nicht tragen Ich Ich muss laufen 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 Helfen Sie Gut Laufen wir Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts Jetzt wieder zurück Eins Eins Zwei Drei Vier Und den Kopf hochhalten Hoch Ja so ist gut Eins Zwei Drei Vier Laufen 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 Das machen Sie prima Eins Zwei Drei Vier Hoch den Fuß Und wieder runter Hoch den Fuß Und wieder runter So ist gut Und jetzt kehrt Und links Und rechts Und links Und rechts Was hat man mit Ihnen gemacht? Betäubt Ja Die Augen laufen halten Weit aufmachen Gut so Weit auf Und weiter laufen Weiter laufen Links Und rechts Und links Und rechts Wer sind Sie? Ria Die Tochter Ja Nein Weiter laufen Weiter laufen Wo ist Bridget? Nein Ihnen erzählen Schlafen Schlafen Retten Sie Bridget? Ja Mitgenommen Berling Berlingame Sechs Sechs Sechsundzwanzig An Beeilung Sonst zu spät Wer hat Sie hingebracht? Ihr Vater? Ja Wilma Wilma Cairo Wer hat Jacoby erschossen? Oh Gehen Sie Gehen Sie Bleiben Sie wach Bis der Arzt da ist Davinport 2020 Notfallstation bitte Hallo? In der Suite 12C Im Hotel Alexandria Liegt ein Mädchen Vermutlich mit Rauschgift betäubt Klar braucht sie Hilfe Raten Sie mal Weshalb ich anrufe Hupa Ich bin Hupa Von Alexandria Burlingame Antshow Avenue Oder Road 26 Halten Sie drei, vier Häuser früher Geht klar Da wären wir Ihre Nummer muss auf der anderen Seite sein Vielleicht das dritte oder vierte Haus Lassen Sie den Motor laufen Vielleicht müssen wir ziemlich schnell weg Das darf doch nicht wahr sein Eine Ruine Ich Idiot Guten Abend, Mr. Spade Guten Abend, eine Frage Die Gattmanns oben in 12C Sind Sie da? Nein Ganz sicher? Absolut sicher, Mr. Spade Da ist übrigens heute Abend etwas Merkwürdiges passiert Im Zusammenhang mit diesen Leuten Ja? Jemand hat die Notfallstation angerufen und gemeldet In 12C läge ein krankes Mädchen Und? Wir haben nachgesehen Es war niemand da Na so ein Spaßvogel Oh, Sam Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr Du hast gewartet In einem Hauseingang Etwas weiter Die Straße hoch Schaffst du es? Oder soll ich dich tragen? Ach, ich bin gleich Gleich wieder soweit Wenn ich mich bloß irgendwo hinsetzen kann Darf ich hereinbitten? Nun, mein Lieber Wie Sie selbst sehen können Sind wir jetzt alle versammelt Also lassen Sie uns alle gemütlich Platz nehmen und uns unterhalten Der Sündenbock Aber sicher unterhalten wir uns Hände hoch Hau ab, ich fällst du nicht Keine Bewegung Und halt deine Schnauze Frag erstmal deinen Boss Ob du mich durchlöchern darfst Bevor sich die Erwachsenen unterhalten haben Lass ihn, Wilma Und nimm die Pistole herunter So ist es doch viel gemütlicher Sie auch, Cairo Fabelhafte Schauspielerin Ihre Tochter Nicht wahr? Ja, so Das kann sie Wie schnell können Sie zahlen und den Falken entgegennehmen? Nun Mein Lieber Was das betrifft Zehn Riesen Wir hatten über etwas mehr geredet Stimmt Aber die Lage hat sich geändert Sicher Ihr seid jetzt alle zusammen Aber ich habe den Falken Ich hätte es nicht für notwendig gehalten Sie daran erinnern zu müssen Mr. Spade Dass Sie, wenn Sie auch vielleicht den Falken haben mögen doch absolut in unserer Gewalt sind Darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf Auch auf das Geld Kommen wir später zurück Zuerst brauchen wir einen Sündenbock Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz Die Polizei braucht jemand dem sie die drei Morde anhängen kann Zwei Morde Nur zwei Ihren Partner hat zweifellos Thursby umgebracht Na schön, dann nur zwei Was ändert das? Den Umgang mit der Polizei können wir getrost Ihnen überlassen Sie werden ganz sicher ohne unsere unsachverständige Hilfe mit diesen Leuten fertig Wenn wir der Polizei keinen Sündenbock liefern Wette ich 10 zu 1 dass sie früher oder später auf Einzelheiten über den Falken stößt Und das dürfte Ihnen nicht gerade helfen ein Vermögen draus zu machen Geben Sie Ihnen einen Sündenbock und Sie werden sich für nichts weiter interessieren Genau das ist ja die Frage Wird der Sündenbock Sie nicht womöglich auf eine neue Fährte bringen? Geben wir ihm doch den Grönschnabel Zwei hat er doch wirklich erschossen Halt den Maul Außerdem ist er wie geschaffen für diese Rolle Weiß Gott, mein lieber Mann kann nie wissen, was Sie als nächstes tun oder sagen Außer, dass es etwas ganz Erstaunliches sein wird Er ist unser bestes Pferd Halt endlich dein blödes Schau Meine Gefühle für Wilma sind ganz wie für einen eigenen Sohn Das können Sie mir glauben Aber wenn ich auch nur für einen Moment daran dächte auf Ihren Vorschlag einzugehen Was in aller Welt sollte Wilma daran hindern der Polizei auch noch die letzte Kleinigkeit über den Falken und uns alle hier zu erzählen Wenn es sein muss, können wir dafür sorgen dass er beim Widerstand gegen seine Verhaftung getötet wird Was hältst du denn davon, Wilma? Wird's besser? Ist der Mann nicht komisch? Nein, es ist nicht komisch Ich habe Angst Er ist ein Schwein Brauchst du nicht Wie? Wie was? Also wie? Wir sind Ihnen zumindest so viel Höflichkeit schuldig dass wir Sie auch zu Ende anhören Also Wie wollen Sie das hindrehen dass Wilma uns keinen Schaden zufügen kann? Aber das geht doch Der Bezirksanwalt hier ist wie alle Von einem zweifelhaften Fall lässt er lieber die Finger als damit vor Gericht einzubrechen Um einen Mann todsicher überführen zu können wird er ein halbes Dutzend genauso schuldige Komplizen laufen lassen wenn der Versuch, sie alle zu überführen seinen Fall verwirren könnte Genau vor diese Wahl werden wir ihn stellen Er wird überhaupt nichts von einem Falken wissen wollen Alles, was der Grünschnabel ihm erzählt verwirrt nur seinen Fall und wenn er seinen Fall klar und sauber halten kann kriegt er einen Schuldspruch erster Klasse Ich fürchte Es wird nicht gehen Es wird ganz und gar nicht gehen Sie kennen eben Bezirksanwälte nicht Mit Thursby ist das ganz einfach Er war ein Killer, genau wie ihr Grünschnabel Da gibt's schon mal kein Problem Halt's Maul Und wenn er bei Jacobi dieselbe Pistole benutzt hat werden die Geschosse übereinstimmen und alle werden zufrieden sein Halt endlich dein blödes Maul Aber, aber Wilma Du solltest derartige Dinge nicht zu wichtig nehmen Dann sorgen Sie dafür, dass er mich in Ruhe lässt Ich mach ihn sonst kalt Aber Wilma Ihr Plan, mein Lieber, lässt sich wie ich schon zu Anfang sagte nicht umsetzen Wir wollen nicht mehr darüber reden Na schön Ich hab noch einen anderen Vorschlag Und der wäre? Kairo Was? Das ist doch Kairo? Werfen Sie ihnen Kairo hin Klar Er ist nicht so gut wie ihr Grünschnabel Kairo ist nicht der Typ mit dem Finger am Abzug Außerdem trägt er eine kleinere Pistole als die mit der Thursby und Jacobi umgelegt wurden Wir werden uns halt mehr anstrengen müssen Angenommen Wir wirfen Sie oder Miss O'Shaughnessy der Polizei vor Wie wär's denn damit? Ihr wollt den falten Ich hab ihn Ein Sündenbock gehört zu meinem Preis Was Miss O'Shaughnessy betrifft bin ich durchaus bereit zu diskutieren Sam Sie scheinen zu vergessen dass Sie sich in einer Lage befinden in der Sie auf überhaupt nichts bestehen können Meine Herren Wir wollen doch versuchen unsere Unterredung auf einer freundschaftlichen Basis zu halten An dem was Mr. Kairo sagt ist ja schließlich was dran Sie müssen Einen Dreck muss ich Wenn Sie mich töten wie kommen Sie da an den Vogel ran Und wenn Sie es sich nicht leisten können mich zu töten Womit können Sie mich denn zwingen ihn auszuliefern? Ich verstehe was Sie meinen Das ist eine Haltung mein Lieber die sorgfältigste Erwägung von beiden Seiten erfordert Mr. Gottman Zwei zu eins Grünschnabel Dass Sie dich gerade verkaufen Du Schwein Jetzt reicht's Aber Wilma Bitte nicht Tu es nicht Wilma Am besten wir legen ihn aufs Sofa Da haben Sie ihren Sündenbock Das gefällt mir gar nicht mein Lieber Sie sagen jetzt ja Oder ich übergebe sie jetzt alle der Polizei Also Sie können ihn haben Die Hand des Russen Wir lassen ihn eine Weile ausruhen Dann übergeben wir ihn der Polizei Bis er zu sich kommt sollten wir noch die Einzelheiten festlegen Tun Sie das nicht Mr. Gottman Sie müssen doch einsehen dass Wir können es nicht mehr ändern Wirklich nicht Also Cairo Rein oder raus Was Wie bitte Wie lautet Ihre Entscheidung Hab ich denn Sie lassen mir ja keine Wahl Also Ich mache mit Gut Zwei Uhr Den Falken kann ich nicht vor sagen wir acht besorgen Wir haben also massenhaft Zeit alles zu arrangieren Mir ist gerade durch den Kopf gegangen dass es für alle Beteiligten am besten wäre wenn wir uns nicht aus den Augen verlören Bevor unsere Transaktion über die Bühne gegangen ist Sie haben den Umschlag Miss O'Shaughnessy hat ihn Ja ich hab ihn Ich hab ihn aufgehoben In Ordnung Behalt ihn erstmal Wir brauchen uns nicht aus den Augen zu verlieren Kann den Falken herbringen lassen Ausgezeichnet Im Austausch gegen die 10.000 Dollar und Wilma geben Sie uns den Falken Und ein bis zwei Stunden Vorsprung Lassen Sie uns jetzt die Einzelheiten festlegen Warum hat er Thursby erschossen Und warum wo und wie Jacobi Also mein Lieber Das können Sie nicht von uns erwarten Offensichtlich haben Sie vergessen dass Sie uns versichert haben die Sache wäre ganz einfach Ich glaube nicht Was Sie beide glauben spielt nicht die geringste Rolle Dafür ist es ja zu spät Also Warum hat er Thursby erschossen Thursby war Killer und Miss O'Shaughnessys Verbündeter Wir wussten wenn wir ihn aus dem Weg räumen würde das Miss O'Shaughnessy vielleicht dazu bringen sich zu überlegen ob es nicht doch das Beste wäre ihre Meinungsverschiedenheiten mit uns gütlich beizulegen Dass er den Falken hat haben Sie nicht geglaubt? Nicht einen Augenblick lang Wir hatten den Vorteil Miss O'Shaughnessy viel zu gut zu kennen Sie haben nicht zuerst versucht einen Handel mit ihm zu schließen? Aber natürlich Ich selbst habe an jenem Abend mit ihm gesprochen Wilmer ging zu seinem Hotel hörte dass Thursby fortgegangen war und wartete draußen auf ihn Ich nehme an Thursby kehrte unmittelbar nach der Ermordung ihres Partners zurück Wilmer brachte ihn zu mir Wir konnten nichts mit ihm anfangen Er hielt absolut loyal zu Miss O'Shaughnessy und war durch nichts abzubringen Nun ja Wilmer ist ihm dann auf dem Rückweg zum Hotel gefolgt und hat's getan Klingt plausibel Nun zu Jacobi Jacobis Tod ist allein Miss O'Shaughnessys Schuld Was? Erzählen Sie Wie Sie wissen trat Mr. Cairo mit mir in Verbindung Wir erkannten sofort den beiderseitigen Vorteil aus einer Zusammenlegung unserer Kräfte Cairo ist ein Mann von rascher Auffassungsgabe Er las an jenem Morgen in der Zeitung die Meldung von der Ankunft der Paloma und erinnerte sich in Hongkong gehört zu haben dass man Jacobi und Miss O'Shaughnessy zusammen gesehen hatte Er riet zugleich was geschehen sein mußte Sie hatte Jacobi den Vogel gegeben um ihn hierher zu bringen Jacobi wußte natürlich nicht warum es sich handelt Dazu ist Miss O'Shaughnessy viel zu diskret Mr. Cairo Wilmer und ich statteten also Captain Jacobi einen Besuch ab und hatten das Glück bei dieser Gelegenheit auch gleich Miss O'Shaughnessy anzutreffen Es wurde eine in mancher Hinsicht schwierige Konferenz aber bis Mitternacht hatten wir Miss O'Shaughnessy endlich zu einer Vereinbarung überreden können so dachten wir wenigstens Wir verließen das Schiff und machten uns auf den Weg zu meinem Hotel Unterwegs sind sie der Kapitän und der Falke uns einfach zwischen den Fingern durchgerutscht ein kleines Meisterstück In Ordnung Wie hat er ihn umgebracht? Den ganzen Tag sind wir durch die Stadt Heute am späten Nachmittag haben wir sie entdeckt Zuerst waren wir nicht sicher Wir wussten lediglich dass wir vor Miss O'Shaughnessy's Apartment standen Wir klingelten Sie fragte uns durch die geschlossene Tür wer wir seien und nachdem wir es ihr gesagt hatten hörten wir wie ein Fenster geöffnet wurde Wilmer eilte so schnell er konnte die Treppe runter ums Haus herum zur Feuerleiter an der Rückseite Als er in den Durchgang einbog stieß er mit Jacobi zusammen der mit dem Falken unter dem Arm davonrannte Keine einfache Situation für Wilmer aber er handhabte sie so gut wie unter diesen Umständen möglich Er schoss auf Jacobi mehr als einmal Aber Jacobi war zu zäh um zu fallen oder zumindest den Falken fallen zu lassen Wilmer sah einen Polizisten die Straße heraufkommen da mußte er also aufgeben Inzwischen hatte Miss O'Shaughnessy Mr. Cairo und mir die Tür geöffnet nachdem sie das Fenster hinter Jacobi geschlossen hatte und sie wir überredeten sie ja das ist der richtige Ausdruck uns zu verraten dass die Jacobi gebeten hatte den Falken zu ihnen zu bringen wir hielten es für unwahrscheinlich daß er es so weit schaffen würde aber es war unsere einzige Chance und so überredeten wir Miss O'Shaughnessy noch einmal uns ein wenig unter die Arme zu greifen wir überredeten sie ihr Büro anzurufen und sie wegzulocken ehe Jacobi käme Unglücklicherweise hatte es zu lange gedauert bis wir Miss O'Shaughnessy überzeugt haben überzeugt hatten mit uns zusammenzuarbeiten hör zu Kleiner bleib wo du bist sonst gibt's was auf die Glocke setz dich hin und halt dein Maul ja Wilma es tut mir schrecklich leid dich zu verlieren und du sollst wissen dass ich dich nicht mehr lieben könnte wenn du mein eigener Sohn wärst aber weiß Gott wenn man einen Sohn verliert ist es möglich einen neuen zu bekommen einen Maltese dieser Falten gibt es nur einmal siehst du mal nach was du in der Küche für uns findest Kaffee wäre auch nicht schlecht ja einen Augenblick nur meine Liebe wollen sie nicht den Umschlag lieber hier im Zimmer lassen was meinst du Sam er gehört noch immer ihm setzen sie sich drauf wenn sie Angst haben sie missverstehen mich ein Geschäft mein lieber sollte streng geschäftlich durchgeführt werden jetzt zum Beispiel sind nur noch neun Scheine da nun ich weiß nicht Sam das will ich genauer wissen wir gehen ins Badezimmer ich hab den Schein nicht das glaube ich ja auch nicht aber ich muss es wissen zieh dich aus mein Wort genügt dir nicht nein zieh dich aus das tu ich nicht na schön dann gehen wir wieder rüber und ich lass dich ausziehen das würdest du tun ich muss wissen was mit dem Schein passiert ist verstehst du denn nicht wenn du mich dazu zwingst tötest du etwas in mir davon verstehe ich nichts zieh dich aus danke jetzt bin ich ganz sicher das hättest du mir nicht antun dürfen ich habe den Schein nicht gefunden also haben sie ihn verschwinden lassen ich habe den Schein verschwinden lassen geben sie es zu oder muss ich sie filzen weiß Gott mein Lieber ich glaube sie brichten das fertig sie haben ihn verschwinden lassen ja ich muss sagen sie haben diese Prüfung mit Glanz und Gloria bestanden nie wäre es mir eingefallen dass sie der Wahrheit auf so einfache und direkte Weise auf den Grund gehen wie steht's mit der Verpflegung kommt gleich in der Zwischenzeit können wir über das Geld reden ja herzlich gern aber ich kann Ihnen von vornherein sagen dass ich keinen Cent mehr als diese 10.000 locker machen kann 20 ich würde sie Ihnen mit Freuden geben aber 10.000 Dollar sind alles was ich aufbringen kann auf mein Ehrenwort geben sie her tut mir leid dich aus dem Bett ja sehr in unserem Schließfach liegt ein Briefumschlag genau auf der Hauptpost da drin ist ein Gepäckschein Gepäckaufbewahrung Pickwick Station ja das Paket von gestern hol es bitte ab und bring es zu mir ja ich bin zu Hause und beeil dich ja danke Sie haben doch nichts dagegen wenn ich Sie zur Tür begleite nicht das Geringste deine Fischung na schön nun hast du deinen Spaß gehabt und nun raus mit der Sprache nein Sam das ist der den ich von Chemidorf geholt habe ich schwöre das stimmt das stimmt es war der Russe ich hätte es wissen müssen was für ein Narren hat er aus uns gemacht Sam ich schwöre Sie verpatzt Sie mit Ihrem blöden Versuch ihm den Vogel abzukaufen damit hat er gewusst dass er wertvoll ist kein Wunder dass wir so wenig Mühe hatten ihn zu stehlen kein Wunder dass er mich um die ganze Welt geschickt hat den Vogel zu suchen Sie Vetter na also mein Lieber was schlagen Sie vor sollen wir weiter hier herumstehen Tränen vergießen und uns gegenseitig beschimpfen oder sollen wir nach Konstantinopel 17 Jahre habe ich mich bemüht ihn zu bekommen wenn ich noch ein weiteres Jahr damit verbringen muss ist das ein zusätzlicher Zeitaufwand von lediglich 5 und 15 siebzehntel Prozent ich gehe mit Ihnen ich muss Sie um den Umschlag bitten mein Lieber ich habe meinen Teil der Vereinbarung eingehalten Sie haben Ihren Vogel bekommen tut mir leid wir haben alle Pech gehabt mein Lieber und ich sehe nicht ein warum einer von uns das allein ausbaden sollte kurz gesagt mein Lieber ich muss Sie bitten mir meine 10.000 Dollar zurückzugeben ein Riese damit sind meine Auslagen und meine Zeit beglichen Sie sind ein Mann ganz nach meinem Geschmack ein Mann mit vielen Talenten und einem wachen Verstand und deshalb können wir uns mit der absoluten Sicherheit verabschieden dass Sie die Einzelheiten unseres kleinen Unternehmens nicht ausplaudern werden ich bin auch überzeugt dass Sie jetzt auch ohne Sündenbock mit der Polizei zurechtkommen werden Adieu Davenport Wilma Cook Erklär ich dir alles später Cook arbeitet für Casper Gutmann Sie wohnen im Alexandria Suite 12C Sie wollen abhauen also mach dich auf die Socken Ja Ja ich bin zu Hause Die Danes Tatsächlich ein Diamant Zwei Schritte vor mir im Gras Dann wollen wir mal Ist Mr. Leggett zu Hause? Ja Sie möchten ihn sprechen? Ja Sie sind auch wieder ein Detektiv stimmt's? Stimmt Kommen Sie rein Der Fluch des Hauses Dane Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett Aus dem amerikanischen von Wulf Teichmann Hörspielbearbeitung in zwei Teilen Norbert Schäffer Erster Teil Es tut mir leid dass ich Sie habe warten lassen aber ich konnte nicht eher abbrechen Haben Sie etwas in Erfahrung gebracht? Noch nicht Ich bin nicht von der Polizei von der Continental Agency und ich fange gerade erst an Kein Polizist? Versicherungsgesellschaft? Ja Wussten Sie nicht dass... Natürlich Sie müssen ja versichert gewesen sein Ich hatte nicht daran gedacht Die Diamanten haben nicht mir gehört sondern Halstead Halstead und Bouchamp Einzelheiten habe ich von der Versicherungsgesellschaft nicht bekommen Sie hatten die Diamanten zur Ansicht hier Ich habe sie zum Experimentieren gebraucht Ich arbeite mit Glas koloriere Töne es in fertigem Zustand und so begann Halstead sich zu interessieren ob es möglich ist auch Diamanten diesen Prozess zu unterziehen Besonders um nicht ganz lupenreine Steine zu verbessern Vor fünf Wochen gab er mir die Steine die der Einbrecher erwischt hat Wo haben Sie sie aufbewahrt? Sie waren im Schrank eingeschlossen Wer hat von den Experimenten gewusst? Alle Es gab keinen Grund ein Geheimnis daraus zu machen Sie sind aus dem Schrank gestohlen worden? Ja Die Haustür stand halb offen als ich heute Morgen die Treppe runterkam Ich bin nach oben habe Edgar geweckt und dann haben wir festgestellt dass die Diamanten weg waren Die Polizei meint der Mann den ich gesehen habe muss der Einbrecher gewesen sein Was für ein Mann? Gestern Abend so um Mitternacht als ich die Schlafzimmerfenster aufmachte sah ich einen Mann an der Ecke stehen Die Polizei meint es ist derselbe Mann den Gabriel gesehen hat Gabriel? Meine Tochter Gabriel Als sie ich glaube es war Samstagabend nach Hause kam hat sie einen Mann gesehen und gedacht er käme von unserem Haus zu Treppen Ich würde Sie gerne mal sprechen Ist sie im Haus? Waren die Diamanten lose? Sie waren natürlich nicht gefasst und steckten in kleinen hellbraunen Tüten Die Tüten fehlen übrigens auch Sie sind Gabriel? Ja Ich bin von der Continental Agency Es geht um die gestohlenen Diamanten Ihre Mutter hat mir erzählt Sie hätten neulich Nacht seinen Mann von ihrer Haustürtreppe runterkommen sehen Ich bin nicht sicher ob er vom Haus gekommen ist Wie sah er denn aus? Ich weiß nicht Es war dunkel Etwa so groß wie Sie Von mir aus könnten Sie es gewesen sein Ich weiß nicht Das war Samstagabend Sonntagfrüh Um welche Zeit? So gegen drei Oder nach drei Waren Sie allein? Wohl kaum Und wer war der Herr? Eric Collinson Hören Sie Ich habe grässliche Kopfschmerzen Sie entschuldigen mich jetzt Was ist mit Ihrem Hauspersonal? Wir haben bloß ein Mädchen Minyoshi Sie hat nichts damit zu tun Ich kann mich für Ihre Ehrlichkeit verbirgen Ich würde Sie gern sprechen Ist das hier einer der Diamanten? Ja Er hat diese wolkige Kohle Unten an der Spitze des Körpers Wo haben Sie ihn her? Draußen im Gras gefunden Unser Einbrecher hat also in der Eile einen Teil seiner Beute fallen lassen Das bezweifle ich Was meinen Sie denn? Ich meine Er ist da mit Absicht hingelegt worden Ihr Einbrecher wusste zu viele Niemand hat das Recht mir irgendwas vorzuwerfen Wenn Sie wollen können Sie mich ja absuchen und alles Bloß weil ich ja eine Farbige bin Aber aber Miny Nun weinen Sie doch nicht Ich weiß ja, dass Sie nichts damit zu tun haben Sie haben jemanden hier im Hause? Im Verdacht? Jemand der hier gewesen ist, ja? Ich gehe Ich kann nicht mehr in einem Haus arbeiten Wo jeder denkt, ich hätte was gestohlen Ich bin genauso ehrlich wie jeder andere Und ich habe dasselbe Recht auf Achtung wie jeder andere Miniso, hören Sie doch Ich gehe in ein Haus, in dem ich nicht beschuldigt werde Etwas gestohlen Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben Ja, es war so elf oder halb zwölf Er stand auf der anderen Straßenseite und hat auf das Haus der Leggets gesehen Zuerst dachte ich ja, er beobachte meines Und Samstagnacht? Da stand er an der Ecke Kennen Sie die Leggets? Mhm, nette Leute Seit wann sind Sie denn Ihre Nachbarn? Warten Sie Er ist 1921, ja, jetzt sind es sieben Jahre her Ins Haus gezogen, allein Nur mit einer Haushälterin Mrs. Beck Zwei Jahre später kamen dann Mrs. Leggett und Gabriel Er hat auf der Veranda gestanden Kein Zweifel, ich habe die Tür aufgemacht Und da ist er weggerannt Wie sah er denn aus? Er war recht gut gekleidet, dunkler Anzug Hatte eine lange, schmale Nase Also so um die 30 um Wie hat er ausgesehen? Ganz normal Klein Klobig Kann man vom Haus der Leggets her? Von deren Vorgarten Ich fragte noch Gabby, ob ich ihnen nachgehen soll Aber sie wollte das nicht Wie spät war es denn? Mitternacht, würde ich sagen Mitternacht? Ganz recht Mr. Collinson Miss Leggett hat gesagt, es wäre nach drei gewesen Bitte Da haben Sie Sie ist halb blind, aber eine Brille will sie nicht tragen Sie macht dauernd solche Fehler Entschuldigen Sie bitte Specker mit dafür Kundenberatung Was kann ich für Sie tun? Wie gut kennen Sie Mr. Leggett? Ich kenne ihn als Mann, den man gerne zum Kunden hat Warum fragen Sie? Bei seinem Anbruch ist etwas faul Stellenweise wenigstens Da irren Sie sich Mr. Leggett genießt als Wissenschaftler einigen Ruf Und ist, sofern unsere Kreditabteilung nicht falsch informiert ist Ein Mann von mehr als bescheidenem Vermögen Wie sind Sie dazu gekommen Ihm die Diamanten zu geben, Mr. Herstet? Er ist Kunde von uns Und als ich durch Fitz Steven von seiner Arbeit mit Glas erfuhr Dachte ich Es wäre doch eine tolle Sache Wenn man diese Methode auch bei Diamanten anwenden könnte Fitz Steven, welcher Fitz Steven? Owen Der Schriftsteller Sie kennen ihn? Von früher Aber ich wusste nicht, dass er jetzt hier an der Küste ist Haben Sie seine Adresse? Irgendwelche Detektives da gewesen, seit ich gegangen bin? Nein Aber die Polizei hat angerufen Meine Frau und meine Tochter sind aufgefordert worden In die Golden Avenue zu kommen Um einen Mann zu identifizieren Golden Avenue und wo genau, Mr. Leggett? Hoffentlich sind Sie jetzt überzeugt, dass Mini nichts damit zu tun hat Die Polizei hat den Mann gefunden? Ja Eric Collinson sagt, es wäre erst Mitternacht gewesen, als Sie Samstagnacht nach Hause kamen Eric ist ein Esel Sieh an, mit Ihnen müssen wir uns also auch rumärgern Was macht denn das Morddezernat hier? Ganz einfach, der Herr da drin ist tot Zwei hübsche Löcher Eins dicht über seinem Nabel, das andere in der linken Brust Was ist mit den Diamanten? Die Tüten haben wir, aber die Diamanten nicht Die sind vor einer Weile mit einem anderen die Feuerleiter runter Wer ist der Tote? Louis Abton New Yorker Papiere, bei uns unbekannt Übrigens, wie viele Tüten haben Sie, O'Gal? Sieben Dann fehlt der Achte Von dem Diamanten, der mit Absicht vor Ihre Tür gelegt wurde, Mrs. Leggett Mr. Fitzteven erwartet Sie Fünfter Stock, Apartment 7 Tatsächlich, er ist es Seit wann bist du in Frisco? Seit fünf Jahren, und du? Seit einem Wie gefällt es dir hier? Nicht übel Ich hätte aber auch nichts dagegen, den Westen den Indianern zurückzugeben Du schreibst also immer noch Sag bloß, du hast was gelesen Natürlich nicht Stell dir vor, ich lese einen deiner Roman und verstehe ihn Dann wirst du doch beleidigt Du hättest noch immer hinter Missitätern her? Sonst wäre ich dir ja nicht auf die Spur gekommen Heldsted sagte mir, du kennst Leggett Leggett hat was ausgefressen? Wie lange kennst du ihn? Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich hierher kam Er hat mich immer interessiert Er hat etwas Obskures, etwas Dunkles, Verlockendes Körperlich zum Beispiel ist er Asket Raucht nicht, trinkt nicht, isst frugal und schläft nur drei bis vier Stunden Aber geistig, spirituell ist er sinnlich bis zur Dekadenz Allein seine Freunde, die Haldans mit ihrer heiligen Graal-Sekte Die ihre lauer Joins Vorne Und du Du glaubst doch nicht, was du mir da erzählst Hilft mir nur einen Schritt weiter Du bist immer noch der Alte Kennst du Eric Collinson? Eric Collinson Verlobt mit Gabriel Leggett Vater Holzhändler der Holz-Collinson Collinson Junior besteht aus Princeton, Aktien, Dividenden und Handball War ein netter Junge eben Kann schon sein, aber er hat mich angelogen Der Chevalier Bayard lügt nicht Und außerdem gehört zum Lügenfantasie Du hast der... Warte mal Ist eine Frau im Spiel? Ja Der Chevalier Bayard lügt immer, wenn eine Frau im Spiel ist Selbst wenn es gar nicht nötig ist Und sie dadurch eine Menge Schwierigkeiten bekommt Die Ehre der Frau schützen oder so ähnlich Wer ist die Frau? Gabriel Leggett Na also Leggett Was interessiert dich an ihm? Ich bin Roman-Schreiber Und interessiere mich für Seelen und was in ihnen vorgeht Er hat eine, die mich anzieht Und ich habe mich immer ungerecht behandelt gefühlt Weil er mir gegenüber nicht sein Innerstes nach außen gekehrt hat Ich bezweifle zum Beispiel, dass er überhaupt Leggett heißt Er hat mir mal erzählt, er stamme aus Atlanta Aber er ist Franzose Nach seinen Anschauungen, seiner Geisteshaltung Nur gibt er es nicht zu Was weißt du über Gabriel? Sie hasst ihren Vater Er betet sie an Wieso hasst sie ihn? Vielleicht, weil er sie anbetet Du machst wieder Literatur Was ist mit Mrs. Leggett? Ich nehme an, du hast noch nie etwas gegessen, was sie gekocht hat Sonst könntest du keine Zweifel mehr haben Nur ein heiteres, klares Gemüt bringt solche Kochkünste fertig Das ist ja alles ziemlich konkret Ich habe dir erzählt, was ich weiß Ich weiß nur, ich habe viel Zeit vergeudet Stimmt Mr. Leggett hat mich 1921 als Haushälterin eingestellt Ein netter Mann Er liebte es einfach zu leben Und hat fast die ganze Zeit im obersten Stock In seinem Labor verbracht Da durfte ich nie hinauf Einmal im Monat kam ein Japaner Und hat da oben sauber gemacht Ja und dann Eines Tages Im August 1923 Es hat geregnet an diesem Morgen Da sind sie gekommen Eine Frau Ein Mädchen, so um die 15 Und eine Menge Koffer Mein Lebtag habe ich noch keinen so überraschten Mann gesehen Kreideweiß Und gezittert hat er Und ich habe noch gedacht Gleich hat er mir um Sie sprachen in irgendeiner Fremdsprache Obwohl sie alle Englisch konnten Besser als manch anderer Später kam er zu mir Und hat mir gesagt Sie sei eine Mrs. Dane Seine Schwägerin Und das Mädchen ihre Tochter Er habe die beiden seit 10 Jahren nicht mehr gesehen Und sie würden bei uns bleiben Und als ich dann gehen musste Haben sie mir ein großzügiges Abschiedsgeschenk gemacht Haben sie irgendeine Ahnung Wo Miss Legget steckt Wieso? Sie ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen Und immer noch nicht da Ich werde mich drum kümmern Heiratsregister 26. August 1923 Ich Edgar Legget Geboren am 6. März 1883 In Atlanta, Georgia Dies ist meine zweite Ehe Ich Alice Dane Geboren am 22. Oktober 1888 In London, England Noch nicht verheiratet Ist er da? Ok, Micky Dann sag ihm Er soll Leggets Haus überwachen Ja, sobald er zurückkommt Und du kümmerst dich ab sofort um Mini Hershey Steht alles in meinem Bericht Ich möchte Miss Legget sprechen Sie ist nicht zu Hause Wann wird sie denn zurück sein? Sie wird wohl ein paar Tage fortbleiben Und wo kann ich sie finden? Ich habe sie Verschiedenes zu fragen Das wissen wir nicht Bekannte von ihr Ein Mr. Harper Und seine Frau sind von Los Angeles hochgekommen Und haben sie im Wagen mitgenommen Wie ist die Adresse der Harpers in L.A.? Die ist mir nicht bekannt Tja Es tut mir leid, dass ich der Versicherungsgesellschaft Durch meine Unvorsichtigkeit All diese Mühe verursacht habe Würden Sie es für richtig halten Wenn ich für den Verlust der Diamanten aufkomme? Wie die Dinge liegen Würde ich es für richtig halten Aber die Untersuchung würde trotzdem weitergehen Danke Ich muss mir das noch überlegen Continental Detective Agency Büro New York Stop Louis Abton Inhaber hiesiger Detektei Stop 1. September 1 923 Wegen Bestechung zweier Geschworener Im Mordprozess Sexton Verhaftet Stop Belastete seinen Angestellten Harry Rupert Stop Beide verurteilt Stop Beide 6. Februar dieses Jahres Aus Sing Sing entlassen Stop Rupert soll gedroht haben Abton zu ermorden Stop Rupert Rupert 32 Jahre 1,78 Meter 140 Pfund Haare und Augen braun Gesichtsfarbe glass Schmales Gesicht Lange Nase Geht gebückt Mit vorgeschobenem Kinn Stop Fotos per Post Also Rupert Ja? Ogar Der Lebensgefährte Ihrer Mini Hershey Ist gestern Abend In einem Pfandleihaus Geschnappt worden Als er ein paar Schmuckstücke loswerden wollte Ich habe einen Mann Zu den Länge rausgeschickt Aber sie sagten Das Zeug gehört ihnen nicht Passt Versuchen sie es mal Mit Hersted und Bochamp Sagen sie ihrer Meinung nach Wer das Zeug von Lange Aber sagen sie nicht Dass er das verneint hat Ja? Haben Sie Gabriel gefunden? Noch nicht Aber es bestehen Aussichten Wenn Sie nichts weiter vorhaben Können Sie bei mir vorbeikommen Und mich begleiten Ja? Die schwarze Lady macht einen Besuch Pacific Avenue 156 Danke Micky Ich komme sofort Ja? Hier ist What Helstet Können Sie bei mir vorbeikommen? Im Augenblick nicht Worum geht es denn? Ich stehe vor einem Rätsel Es geht um Edgar Legget Die Polizei hat uns heute Morgen Ein paar Schmuckstücke vorgelegt Ich habe eine Perlenkette Und eine Brosche wiedererkannt Die Edgar Legget Voriges Jahr bei uns gekauft hat Als die Polizei weg war Habe ich natürlich Legget angerufen Und er hat sehr merkwürdig reagiert Er hat gewartet Bis ich ausgeredet hatte Und dann gesagt Meinen aufrichtigen Dank dafür Dass Sie sich so in meine Angelegenheiten einmischen Und dann hat er aufgelegt Was ist denn los mit ihm? Ich weiß es nicht Ich komme vorbei Sobald es geht Ich bin's Owen Ich brauch deine Hilfe Fahr zu den Leggets Und versuch rauszukriegen Warum Gabriel weggefahren ist Versuch's bei ihr Wenn ihr Mann nicht dabei ist Gut, danke Entschuldigung Mr. Collinson Sie kommen genau richtig Dein schwarzer Braten ist vor 10 Minuten gegangen Dick ist hinterher her Sonst ist niemand raus Mickey Linehan, mein Partner Das ist Eric Collinson Der Tempel des Heiligen Gral Ein Tempel aus gelbem Backstein Und in welchem der Apartment steht der Altar? Das Haus gehört Joseph Heldon Kennen Sie die Sekte? Heldon ist das Gemeindeoberhaupt Er ist einer von Mr. Leggets komischen Bekannten Macht Gabriel den Sektenkult denn mit? Sie geht hin, ja Ich bin mal mit, um mir das anzuschauen Okay, was soll ich hin? Geh zum Wagen Pass weiter auf die Tür auf Wir gehen jetzt rein Und Collinson Ich rede Sie sind Eric Collinson, nicht wahr? Freut mich Mich auch, Mrs. Heldon Entschuldigen Sie, aber der Herr hier ist von der Kontinenten Wir möchten gern Miss Leggets sprechen Wieso meinen Sie, dass sie hier ist? Das tut nicht zur Sache Wir hätten Sie gern gesprochen Ich glaube nicht, dass Sie das können Sie fühlt sich nicht wohl Und sie ist hergekommen, um sich auszuruhen Bestimmt ist es Gabriel unangenehm Tut mir leid, Mrs. Heldon, es muss sein Es tut mir außerordentlich leid Aber Miss Legget hat nicht den Wunsch, Sie zu sprechen Sehen Sie Miss Legget ist eine wichtige Zeugin in einer Einbruchs- und Mordsache Wenn Sie unbedingt wollen, will ich mich gern eine halbe Stunde gedulden Bis wir einen Polizeibeamten mit allen Vollmachten hier haben Sie können tun, was Sie für richtig halten Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie Miss Legget gegen Ihren Wunsch stören Aber ich kann Sie nicht daran hindern Danke Wo ist sie? Ihr Zimmer ist im fünften Stock Gleich links nach der Treppe Rufen Sie sie Gabby, ich bin's Eric Machen Sie auf Gabby, Gabby Sammeln Sie Ihre Klamotten auf Sie können doch nicht Wollen Sie sie anziehen, bitte Nein, nein, ich könnte das nicht Sie hat zu mir gesagt Sie wären ein Esel Oh, verdammt Jetzt Jetzt habe ich die Bluse verkehrt rum So Was denn überhaupt Jetzt die Strümpfe Warum schwankt So Jetzt Ich bin's Gabby Der andere Warum schaust du so Jetzt Der linke Nein Ich bin's Eric Eric Der rechte Warum ist das der rechte Warum kennst du mich nicht So Sag doch was Gabby So, jetzt war der Hut Was hast du denn? Den Mantel Liebes Sie hat nichts weiter als eine hübsche Ladung Rauschgift im Leib Nehmen Sie den Arm, ich nehme den hier Laufen kann sie schon, also los Dann bin ich lieber in ein Krankenhaus Warum nicht gleich zur Lokalredaktion Ist sie zu Hause wirklich am besten aufgehoben? Ja Sind Sie sicher? Ja Ich habe einen Auftrag Und wenn Miss Layet jetzt in diesem Zustand nach Hause kommt Wird mir das helfen, meinen Auftrag zu Ende zu bringen Also kommen Sie nach Haus Ihnen ist das ganz egal, ob Sie sie demütigen Ihr Leben in Gefahr bringen Hauptsache Da vorn rechts ab Nein Rechts ab Sie kommt nicht nach Hause in diesem Zustand So Lassen Sie das Sie sollen das Achtung Was habt ihr denn gemacht? Autounfall, weiter nichts Ernstes Was machen Sie? Wo ist Mrs. Layet? Mr. Collinson, gehen Sie schon mal rein Und nehmen Sie Gabriel mit Was soll? Layet hat sich erschossen In seinem Labor Polizei? Ogar ist oben Collinson, bringen Sie Miss Layet drauf ins Labor Das ist kein Ort für Miss Layet Wir bleiben alle hier Schauen Sie sich das mal an Sieben ungefasste Diamanten Und ein Abschiedsbrief An die Polizei Ich heiße Maurice Pierre de Mayenne Ich bin am 6. März 1883 in Fécond Im Département Saint-Inferieur Frankreich geboren 1903 ging ich nach Paris Um Malerei zu studieren Und lernte dort vier Jahre später Alice und Lily Dan kennen Die verwaisten Töchter eines britischen Seeoffiziers Im Jahr darauf Heiratete ich Lily Und 1909 wurde unsere Tochter Gabrielle geboren Kurz nach unserer Heirat entdeckte ich Dass ich einen entsetzlichen Fehler gemacht hatte Dass ich nicht meine Frau Lily liebte Sondern Alice Ich behielt diese Entdeckung für mich Erst als unser Kind aus den schwierigsten Babyjahren heraus war Bate ich meine Frau um Scheidung Sie lehnte ab Am 6. Juni 1913 ermordete ich Lily Und flog mit Alice und Gabriel nach London Wo ich bald verhaftet nach Paris gebracht Und zu lebenslänglicher Kerkerhaft Auf den Ile du Salut verurteilt wurde 1918 entkam ich auf einem Floß Im Golf Votriste wurde ich an Land gespült Unter dem Namen Walter Martin verschärfte ich mir Bei einer britischen Kupferbaugesellschaft In Aroa, Venezuela Arbeit 1920 kam ich in die Vereinigten Staaten Nach San Francisco Und nahm einen neuen Namen an Edgar Legget Ich begann die Farbexperimente weiterzuführen Die ich als junger Künstler in Paris begonnen hatte 1923 ließ ich Alice und Gabriel Zu mir kommen Und Alice und ich heirateten Aber die Vergangenheit war noch lebendig Alice hatte, da sie nach meiner Flucht nichts mehr von mir hörte Ein Privatdetektiv Louis Abton beauftragt, mich ausfindig zu machen Abton schickte einen Mann namens Rupert nach Südamerika Und es gelang Rupert, meine Spuren Schritt für Schritt zu verfolgen Wie Abton mich in San Francisco aufgespürt hatte, weiß ich nicht Am vergangenen Samstag suchte er mich auf und verlangte Schweigegeld Ich hatte kein Geld und vertröstete ihn auf Dienstag Am Dienstag gab ich ihm die Diamanten als Teilzahlung Ich war verzweifelt Ich erkannte, was es heißen würde, von Abtons Gnade abhängig zu sein Ich beschloss, ihn umzubringen Rupert kam mir jedoch zuvor Inzwischen hat der Rupert ebenfalls herausgefunden, dass Leggett Mayen ist Und als die Polizei wegen des Mordes an Abton hinter ihm her war Kam er zu mir, verlangte Unterschlupf Gab mir die Diamanten zurück und forderte, statt Irak Geld Ich brachte ihn um, seine Leiche liegt im Keller Draußen steht ein Detektiv und beobachtet mein Haus Andernorts sind andere Detektive damit beschäftigt, mich und mein Leben auszuforschen Bei einigen meiner Handlungen bin ich nicht in der Lage gewesen, zufriedenstellende Erklärungen abzugeben und Widersprüche zu vermeiden Ich habe immer gewusst, dass es eines Tages so kommen würde Ich gehe nicht auf die Teufelsinsel zurück Mit Ruperts Tod haben meine Frau und meine Tochter weder etwas zu tun Noch wissen sie davon Hat er sonst noch eine Nachricht hinterlassen? Gefunden haben wir nichts Außer 15.000 Dollar in seiner Brieftasche Warum? Wissen Sie vielleicht was von einer weiteren Nachricht, Mrs. Leggett? Nein Warum? Er hat nicht Selbstmord begangen Er ist ermordet worden Sie hat ihn umgebrochen Bitte, Gabi! Mit der einen hat sie die Küchentür aufgehalten Und mit der anderen das Messer vom Abtropfbrett genommen Und als er in ihr vorbeikam, da hat sie es ihm in den Rücken gestoßen Gabi! Gabi! Ich habe gesehen, ich habe es da gesehen Gabi, beruhige dich, Kind Es gibt keine Stichwunde Der Tod ist durch einen Schläfenschuss herbeigeführt worden aus dieser Pistole Sie ist mit schräg aufwärts zeigendem Lauf dicht an den Kopf gehalten worden Eindeutig Selbstmord Mord Er hatte 15.000 Dollar in der Brieftasche Er wollte verschwinden Wer hat ihn eigentlich gefunden? Ich habe den Schuss gehört Ich bin hochgerannt Und da hat er so dargelegen wie jetzt Und dann bin ich runter und dann hat es geklingelt an der Tür Und das war Mr. Fitz Steven Und ihm habe ich es gesagt Es geht doch nicht, es war doch sonst keiner im Haus, der ihn hätte Sie haben ihn umgebracht Und Sie haben Rupert unten in der Küche umgebracht Das nämlich hat Miss Leggett gesehen Ach ja In der Erklärung Ihres Mannes stecken ein halbes Dutzend Lügen Er hat sie nicht kommen lassen Sie haben ihn aufgespürt Er hat Abten die Diamanten nicht gegeben Es ist einfach die beste Geschichte Die er sich in aller Eile ausdenken konnte Um sie zu decken Er wäre doch nicht so hirnverbrannt Bei seiner Vergangenheit Abten Diamanten zu geben Die einem anderen gehören Und all diesen Stunk aufkommen lassen Abten hat sie hier aufgespürt Und er ist mit seinen Forderungen zu Ihnen gekommen Mrs. Leggett Nicht zu ihrem Mann Und Sie haben den Einbruch fingiert Und dann haben Sie Rupert angestiftet Abten umzubringen Ja, so wird es gewesen sein Ja, genau so wird es gewesen sein Und dann ist Rupert zu Ihnen gekommen Mit all seinen Forderungen Und Sie haben ihm unten in der Küche Das Messer in den Rücken gesteckt Und Gabriel hat es gesehen Sie wollen Eier Ich bin noch nicht fertig, Mrs. Leggett Dann sind Sie nämlich Mit der ganzen Geschichte rauf zu Ihrem Mann Und haben ihn dazu gebracht Alles auf seine Kappe zu nehmen Und dann haben Sie ihm das Ding da In die Hand gedrückt Er hat sie gedeckt Er hat sie immer gedeckt Schon damals Als Sie Ihre Schwester Lily umgebracht haben Das hat sie Das hat sie Gabby, bitte Sie hat sie Sie möchten wissen, wer meine Schwester umgebracht hat? Sie war es Der Drogenteufel Gabriel Nein! Gabby, bitte! Sie hat Ihre Mutter umgebracht Sie wollte erdecken Quatsch Sie war doch noch ein Kind Oh ja Trotzdem ist es kein Unsinn Sie war fast fünf Ein fünfjähriges Kind Das mit einer Pistole spielte Während die Mutter schlief Die Pistole ging los Und Lily war tot Maurice war zu sensibel Den Gedanken ertragen zu können Sie müsste mit dem Bewusstsein aufwachsen Ihre Mutter getötet zu haben Gabriel war schon Bevor sie rauschgiftsüchtig wurde Ein Kind nun Man könnte sagen Von begrenzter geistiger Kapazität Ich glaube, Sie wollen Ihre Nichte Bloß eins auswischen So will ich das Dann muss ich Ihnen etwas erzählen Ich habe Sie abgerichtet Ihre Mutter zu töten Verstehen Sie? Ich habe Sie abgerichtet Gedreht, dressiert, trainiert Verstehen Sie? Lily und ich waren Schwestern Unzertrennlich Und wir haben uns mit Gift und Galle gehasst Maurice wollte keine von uns heiraten Warum auch? Er war intim mit uns beiden Aber wir litten Armut Und er nicht Und weil wir Armut litten Und er nicht Wollte Lilly ihn heiraten Und ich wollte ihn heiraten Weil sie es wollte Wir waren halt Schwestern Lilly hat ihn gekriegt Hat ihm eine Falle gestellt Und so musste er sie heiraten Nach sechs oder sieben Monaten Wurde Gabriel geboren Was waren wir doch Für eine glückliche Kleine Familie Gabriel war noch nicht ganz fünf Da habe ich ein lustiges kleines Spiel Niemand von unserem Spiel zu erzählen Auch nicht Mami Denn die wollten wir Wegen Maurice wäre die Sache Dein Leben wird schwarz sein Wie das deiner Mutter Und meines Und das Leben derer Die du berührst Wird schwarz sein Wie das Leben von Maurice Keine Bewegung Ich sagte keine Bewegung Ruhig, oh gar Seien Sie doch vernünftig Lassen Sie mich Mrs. Wendig Bleiben Sie doch stehen Lassen Sie mich Geben Sie mir die Waffe Lassen Sie mich Bei ihrem Charakter Ist der Mord an ihrer Schwester klar Ebenso der Mord an ihrem Mann Und auch dass sie Bloßgestellt versucht Das Leben ihrer Nichte zu verpfuschen Sogar ihre Entschlossenheit Sich lieber auf der Treppe Selber umzubringen Als sich fassen zu lassen Ist noch klar Aber die stillen Jahre dazwischen Wie passen die dazu Was nicht passt Ist der Mord an Legget Alles andere ist aus einem Guss Sie war eine Frau Die haben wollte Was sie begehrte Und zu allem bereit war Um es zu kriegen Den Schlüssel zu ihrem Wesen Findest du bestimmt nicht In irgendwelchen Abartigkeiten Sie war simpel wie ein Tier Und ebenso wenig wie ein Tier Konnte sie unterscheiden Zwischen Gut und Böse Du reduzierst den Fluch Des Hauses Dane Auf eine primitive Anlage im Blut Ich reduziere ihn noch weiter Auf Worte im Mund Deiner wütenden Frau Leute wie du Nehmen dem Leben Jede Farbe Kontinente Detektive Agency San Francisco Stop Aktuellen Auftrag Sofort abbrechen Stop Foley übernimmt Stop Nehmen sie Nachtzug Stop Leggett Sache geht wieder los Der Tempel Was diesen Kult angeht Mach ich mir keine Illusionen Aber die religiöse Seite Ist für uns ja nicht relevant Wir interessieren uns Für die Sekte Als Heilmittel Für Gabriels Gemüt Sie ist also dort Seit sechs Tagen Wer kümmert sich um sie? Sie hat Mini Hershey Das Dienstmädchen dabei Und Dr. Ries schaut jeden Tag nach ihr Wo liegt das Problem? Vier Tage lang hat sich Gabriels Zustand Stetig gebessert Seit vorgestern steht sie unter Schock Wie kann ich da Dr. Ries und ich neigen zur Ansicht Gabriel habe einen Rückfall erlitten Doch Mr. Collinson ist der Meinung Die Heldons seien drauf und dran Gabriel zu ermorden Wir haben einen Kompromiss geschlossen Gabriel soll noch ein paar Tage im Tempel bleiben Aber vor den Heldons geschützt werden Verstehe Sicherlich hat Collinson mich vorgeschlagen Sie haben Sinn für Humor Wir werden bemüht sein Es ihnen so angenehm wie möglich zu machen Dieses Haus ist zwar ein Tempel Aber keiner von uns ist der Meinung Dass Behaglichkeit, Komfort Oder irgendwelche alltäglichen Dinge Des zivilisierten Lebens Ihnen entweihen können Sie können an unseren Andachten teilnehmen Oder nicht Ganz wie es ihnen beliebt Und sie können kommen und gehen Wie sie wollen Sie werden uns Dessen bin ich sicher Dieselbe Rücksicht erweisen Die wir ihnen erweisen Und ebenso sicher bin ich Dass sie sich in nichts einmischen werden Solange es nicht so aussieht Als könnte es ihre Klientin berühren Kommen Sie Dies ist Ihr Zimmer Miss Leggerts Zimmer liegt direkt gegenüber Sehr gut Wo schläft Ihr Dienstmädchen? In einem der Personalzimmer im obersten Stock Ich glaube, Dr. Ries ist gerade bei Miss Leggert Ich werde ihm sagen, dass Sie gekommen sind Ja? Ich bin froh, dass Sie hier sind Ich hoffe zwar sehr, dass wir Ihre Fähigkeiten Nicht in Anspruch zu nehmen brauchen Aber ich bin froh, dass Sie hier sind Was ist denn nicht in Ordnung? Was nicht in Ordnung ist, gehört, soweit ich sehe, ganz in mein Gebiet Sie werden Ihre Rolle ziemlich langweilig finden, hoffe ich Und Ihre Rolle, die ist nicht langweilig? Nein, das ist sie nicht Ich habe ein Recht zu wissen, was Sie darüber denken Ich weiß nicht, was ich darüber denke Ich bin nicht zufrieden Ich schaue heute Abend noch mal rein Miss Leggert ist schwer krank Das kann ja heiter werden Sie werden Ihre Rolle ziemlich langweilig finden Eins zu null für Sie, Dr. Ries Und schon zehn Wo bleiben Sie denn? Naja, vielleicht ein Notruf Ein Blinder Sitzt in einem dunklen Zimmer Und sucht in einem schwarzen Hut Der gar nicht da ist Mach jetzt keine Literatur Bleib auf dem Teppich Das heißt auf deinem Stuhl Und bewach Miss Leggerts Tür Immer noch eins zu null für Ries Oh verdammt Drei Uhr siebzehn Oh, mein Kopf Meine Augen Irgendwas Stimmt ja nicht Wieso drei war siebzehn Wo es Ries Wo ist mein Kopf? Oh, mein Glöckchen Stiefmütterchen Alles vermodert Und eine Spur von Geißblatt Irgendwas riecht hier Wie so eine Spur von Geißblatt Er ist mein Spat Und jetzt nichts für rüber Leer Ihr Bett ist leer Kein Mensch im Zimmer Nur ihr grüner Morgenrock über der Stuhllehne Verdammt Ein Blinder sitzt in einem Zimmer Aber jetzt lernt er mich kennen Ich werde sie finden Und wenn ich euch alle aus euren Betten holen muss Aber erst mal die Flure Vierter Stock Alles ruhig Dritter Stock Kein Mensch Zweiter Stock Alles ruhig Erster Stock Alle Moment mal War da was? Da war doch ein Schatten Haustür kontrollieren Was machen Sie denn hier? Dr. Ries meldet sich nicht Er ist immer noch nicht zu Hause Geht's Gabrielle gut? Na sicher Kann ich Sie vielleicht einen Augenblick sehen? Kommen Sie rein Ich drehe gerade eine kleine Inspektionsrunde Nehmen Sie ihn Da kommt's ja Gabby Still Wieso? Nehmen Sie Wie siehst du aus? Nehmen Sie Wieso trägst du diesen riesigen Dolch? Nehmen Sie ihn Voll Blut Er ist ein Beweisesstück Gabby, du bist voller Blut Ich habe ihn getötet Miss Leggett Gabby Sie sind doch ein Detekt Wieso bist du voller Blut? Bringen Sie mich dahin, wo man mich hängen will Gabby Ruhe Er soll mich nicht berühren Nein, helfen Sie mir Nein Gabby Geben Sie endlich Ruhe, Collinson Was ist passiert? Kommen Sie Ich Zeig Ihnen den Altar Aber Eric darf nicht mitkommen Er wird Sie nicht anfassen Dr. Rees Auf dem Altar Haben Sie ihn getötet? Nein Geben Sie endlich Ruhe Verrascht Sie das? Sie waren doch dabei Als meine Mutter vom Fluch des Dane-Bluts gesprochen hat Das ich in mir habe Reden Sie jetzt kein dummes Zeug Warum haben Sie ihn getötet? Wir können doch jetzt nicht herumstehen und diskutieren Sie muss raus Weg von dem da Sie Wir müssen die Leiche verstecken Sie wissen doch, wie man sowas macht Hören Sie auf Ich weiß, es ist viel Arbeit Aber ich werde gut zahlen Schluss jetzt Wer war sonst noch hier? Niemand Wir bringen Miss Leggett auf Ihr Zimmer Aber nicht Eric Er wird Sie nicht anfassen So Und jetzt erzählen Sie uns das Ganze Ich würde jetzt gerne schlafen Moment mal Irgendwas ist hier Anders Schlafen Aus dem Zimmer Ehe ich zurück bin Nicht Eric Stellen Sie sich nicht so an und helfen Sie mir zur Abwechslung mal Ich werde es versuchen Kein Blut auf dem Boden Kein toter Ries auf dem Altar Und kein grüner Morgenmantel Hier hat jemand aufgeräumt Und zwar gründlich Und schnell Und nirgends ein Telefon Ich brauche einen Boten Mini Hershey Mini Mini schläft wie tot Und wieder dieser Moder Maiglöckchen Stiefmütterchen Und eine Spur von Geistblatt Oh Mein Kopf Verdammt Mein Kopf Meine Augen Und mein Kopf Was ist denn mit meinem Wieso eine Spur von Geistblatt Nieder mit dir Du Widersacher Gottes Hallo Gespenst Nieder mit dir Keine geile Zeit Gespenst Nieder mit dir Ich brauche jetzt Luft Wer du verflucht bist Von Gott Der Merle Luft Nieder bevor der Schleif Luft 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 Geht nicht Wieso Wieso geht denn Und die verdammte Und die verdammte Beflinster nie Verdammt nochmal Das Zimmer ist leer Vierter Stock Vierter Stock Dritter Stock Zweiter Stock Erster Stock Moment mal Das kommt auch von unten Von der Haustür Hoffentlich trägt der Kerl eine Uniform Wo ist Gabby? Wo haben sie sie denn gelassen? Sie hat mich rausgeschickt Damit ich erstmal nachgucke Ob jemand auf der Straße ist Dann ist die Tür zugefallen Sie hat sie reingelegt Sie will sie vor diesem blödsinnigen Fluch bewahren Nun kommen sie schon rein Wir müssen sie suchen Sie sind im Altarraum Ganz bestimmt Hilfe Gabby Messer weg Joseph Wer ruft da Joseph? Einen Namen den es nicht gibt Nehmen sie das Messer runter Helfen sie Wisset denn schon jetzt Dass der welcher wandelte Als Joseph unter euch Nicht Joseph war Sondern Gott Nun ihr es wisst Geht hin Joseph Ich werde jetzt Miss Leggett Und Mrs. Hurdle mitnehmen Geht Weiche von mir Bevor dein Hochmut zur Vernichtung führt Schießen sie Sie wandern erstmal in den Knast Lester Jetzt wirst du sterben Legen sie das Messer weg Bleiben sie stehen Sterben Schießen sie doch Sterben Bleiben sie doch stehen Sterben Jetzt wirst du Du hättest mich dazuholen können Dann wirst du jetzt aus erster Hand Was sich abgespielt hat Statt dir alles aus der Nase ziehen zu müssen Ich hab schon genug Ärger gehabt Mit Eric Collinson An dem Ärger bist du selber schuld Du hast dir den falschen Helfer ausgesucht Aber jetzt weiter Dass Aronia Heldon zusammen mit ihrem Mann Einen Kult betrieben hat Wusste ich ja schon Wie sind sie denn an das Haus gekommen? Sie haben es einem ihrer Sektenmitglieder Mrs. Rodman abgelockst Die hat auch die umfangreichen Umbauten finanziert Was denn für Umbauten? Sie haben für ihren Hokuspokus Die Gas- und Wasserrohr Und die elektrischen Leitungen umgebaut Die technischen Einzelheiten Kann ich dir jetzt nicht beschreiben Aber eine Kostprobe ihrer Kunst Hab ich in Minis Zimmer genossen Ein Gespenst Erzeugt durch Lichtkombinationen Die auf Dampfschwaden geworfen wurden Und gleichzeitig sprach eine Stimme durch ein Rohr Und ausgerechnet du bist auf sowas reingefallen? Wenn man die Lunge voll hat von dem Zeug Das sie ins Zimmer gepumpt haben Das ist ja das Raffinierte Der eigentliche Spuk ging immer nur Im Schlafzimmer des Opfers vor sich Und er galt als vertrauliches Zwiegespräch Des Opfers mit seinem Gott Das ist gut Sehr gut Eine glatte Umkehrung der Prinzipien normaler Sekten Wo Wert gelegt wird auf Beichte Öffentliches Zeugnis ablegen und so weiter Gut Was ist jetzt mit den Sektenmitgliedern? Was soll schon sein? Sie machen weiter Ich habe Mrs. Rodman so ein Rohr gezeigt Aus dem die Spukgestalten kamen Sie hat zweimal geschluckt Und dann gefragt Lassen Sie jetzt den Bischof verhaften Bloß weil in der Monstranz kein echtes Fleisch und Blut ist Was ist mit dem Mord an Dr. Rees? Joseph wollte Miss Leggett an sich binden Das Mädchen hat wirklich geglaubt Der Fluch des Hauses Dane wäre schuld an Rees tot Als ich seine Leiche sah Wusste ich sofort Dass sie ihn nicht getötet hatte Er lag kerzengerade auf dem Altar Es war klar Dass er betäubt worden war Bevor man ihn umbrachte Verstehe Josephville Gabriel Also tötet er Dr. Rees Und zwar so Dass Gabriel glaubt Sie hätte es getan Damit gehört sie ihm Und damit sie bei ihm bleiben kann Und nicht wegen Mord vor Gericht gestellt wird Lässt er Rees Leiche verschwinden Dieser Plan gefällt Mrs. Helden überhaupt nicht Also sorgt sie für Beweismaterial für Gabriels Schuld Den grünen Morgenmantel Dieser Plan wiederum gefällt Joseph nicht Also fesselt er seine Frau Und will sie umbringen Und damit gehört ihm Miss Leggett Dieser Plan wiederum gefällt ihrem Mann nicht Wieso? Joseph ist doch Eric Collinson Er hat die Verwirrung ausgenutzt Und Gabriel nach Reno geschleppt Wo sie nicht erst die kalifornischen drei Tage Aufgeburt abzuwarten brauchen Verstehe ich dich richtig? Collinson hat Du verstehst richtig Collinson hat Der Fluch des Hauses Dane Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett Aus dem amerikanischen von Wulf Teichmann Hörspielbearbeitung in zwei Teilen Norbert Schäffer Erster Teil Die Personen und ihre Sprecher waren Detektiv Otto Sander Gabriel Leggett Sascha X Alice Leggett Dagmar Kasse Edgar Leggett Peter Fricke Eric Collinson Christoph Zapatka Owen Fitz-Steven Heinrich Giesges What Hell's Dead Walter Renneisen O'Gor Peter Dierschauer Mrs. Beck Margarete Saalbach Mrs. Priestley Christine Davis Mini Hershey Manuela Romberg Warren Daly Günter Lampe Mickey Linnein Gerd Andresen Pförtner Hubertus Gerzen Aronia Haldorn Eva Derleder Madison Andrews Wolfgang Höper Dr. Rees Hans-Peter Bögl Joseph Haldorn Andreas Serdar Ton Daniel Sänger Schnitt Regine Schneider Regieassistenz Susanne Pieska Musik Gerd Bessler Regie Norbert Schäffer Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1998 Dramaturgie Klaus Schmitz Quezada Sofort kommen Stop Brauche sie Stop In Not und Gefahr Stop Treffpunkt Sunset Hotel Quisala Stop Nicht antworten Stop Gabriel soll nichts wissen Stop Beeilung Stop Eric Carter Der Fluch des Hauses Dane Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett Aus dem amerikanischen von Wulf Teichmann Hörspielbearbeitung in zwei Teilen Norbert Schäffer Zweiter Teil Nicht das Hotel verlassen, bevor ich Sie gesprochen habe Eric Carter Wie lange liegt das schon an der Rezeption? Seit ungefähr acht Mr. Carter hat über eine Stunde auf Sie gewartet, bis der letzte Bus vorbei war Wohnt er nicht hier? Nein, er hat mit seiner Braut das Tuckerhaus, unten in der Mulde Und wie komme ich da hin? Das finden Sie nachts nie Und wie kommt man am Tage hin? Ja, da gehen Sie die Straße bis ans Ende durch Nehmen an der Gabelung die Straße auf der Seeseite und gehen da immer am Riff entlang Ja, eigentlich ist das keine Straße, Sir, mehr ein Weg Es sind ungefähr fünf Meilen, das Haus ist braun, ganz mit Schindeln bedeckt und steht... Danke, danke, wecken Sie mich bitte um fünf Gute Nacht, Sir Guten Morgen, Sir Wie sieht's denn aus mit Frühstück? Sehr gut, Sir Ab sieben Dann wenigstens ein Kaffee Sehr gut, Sir Ab sieben Hoffentlich kocht Collinson einen anständigen Kaffee Eigentlich ist das keine Straße, Sir, mehr ein Weg Der Typ hat vielleicht Humor Ist nicht mal ein Pfad Verdammt, mein Knöchel Ganz schön tief da unten Und ganz schön nass Das sind doch Beine Männerbeine In einer dunklen Hose auf einem Felsblock Sieht so aus, als müsste ich da runter Und alles auf nüchternen Magen Eric Collinson Besser kann der Tag doch gar nicht hingehen Mein Klient tot Mein linker Knöchel wund Meine Schuhe voll Salzwasser Und meine Zigaretten auch Mrs. Collinson Mrs. Collinson Mrs. Collinson Niemand da Nur eine 38er Automatik auf dem Fußboden Und eine leere Hülse Und ein Loch in der Decke Noch eine Hülse Und ein kleines weißes Papier Mit einer Spur Morphium Aber doch nicht vor dem Frühstück Guten Morgen, Sir Ein Frühstück Eigentlich bin ich gar nicht mehr Mit Kaffee Sehr gut, Sir Wer ist an diesem wunderbaren Ort Eigentlich für Recht und Ordnung zuständig? Unser Sheriff ist Dick Cotton Und wo finde ich den? Er ist gestern Abend nach Frisco Und wer vertritt ihn, wenn er in Frisco ist? Unser Hilfsheriff ist Ben Rolly Und wo finde ich den? Wahrscheinlich im Kontor seines Vaters Und? Gleich neben der Werkstatt, Sir Ich suche den Hilfsheriff Bin ich Kennen Sie Ihre Kater? Ist das der Kerl, der unten im Tuka-Haus Flitterwochen macht? Er ist tot Gestern Abend oder heute Morgen vom Klippenweg abgestürzt Und wer sind Sie? Meine Karte Continental Detective Agency Wollen Sie nicht mal runtergehen und sich das ansehen? Werde ich wohl müssen Eric Kater Stimmt Irrtum, er heißt Collinson Haben Sie von dem Tempelmord in San Francisco gehört? Nee Aber gelesen Kater ist Eric Collinson Und seine Frau ist Gabrielle Leggett Und für was soll der falsche Name gut sein? Vielleicht um Aufsehen zu vermeiden Und was macht dann die Continental hier? Er hat mir versprochen, ein Telegramm zu schicken, wenn ihm was komisch vorkommt Er hat Ihnen ein Telegramm geschickt? Gestern Die Hülse unterm Stuhl liegt noch da, wie heute Morgen Aber die andere, die hat hier gelegen, gleich neben der Pistole Sie meinen, sie ist verschoben worden? Ja Was sollte denn irgendwer davon haben? Sie ist mit dem Wagen los, schätze ich Wollen Sie mit dem Auto hier? Mit einem Chrysler Cabrio Und den werden wir jetzt suchen Klar, Ben Sie ist hier vorbei So um sieben Heute Morgen Wie eine Fledermaus aus der Hölle Wer war bei ihr? Sonst war keiner im Bagen Und was hatte sie an? Auf dem Kopf nix Und sonst? Einen braunen Mantel Tag Mary Warum sind Sie denn heute Morgen nicht bei den Carters? Ich bin krank, Mr. Raleigh Was haben Sie denn? Schüttelfrost Da bin ich zu Hause geblieben Waren Sie schon beim Arzt? Ich brauch keinen Arzt Sie haben wohl öfter Schüttelfrost Genau so ist es, Mr. Raleigh Dann sollten Sie erst rechts zum Arzt Wann haben Sie Mr. Carter das letzte Mal gesehen? Gestern Abend zu halb sieben Da ist er los und Spaziergang machen Und Mrs. Carter? Kurz nach sieben Da bin ich nach Hause Damit wäre alles klar Womit wäre was klar? Dass seine Frau ihn umgebracht hat Meinen Sie? Na, Sie doch auch Nein Suchen wir weiter den Wagen Dein Kreisler? Heute Morgen? Um sieben? So früh stehe ich nie auf So um viertel nach sieben Die zwei hatten einen ganz schönen Zahn drauf Die zwei? Die zwei? Ja, ein Mann und eine Frau Sie hat gefahren Wie sah der Mann aus? Wie sah der aus? Wie sah der aus? Grauer Hut und Mantel So um die 40 Würden Sie ihn wiedererkennen? Wenn er genauso hier wieder vorbeifährt Bestimmt Da vorn Der Kreisler Der ehemalige Kreisler Sauber um den Eukalyptus gewickelt Baker Das muss mein Baker Das ist mit ihm Er hat geschlafen Die Bro hat sie allein gesehen Als sie bei Whedon vorbeikam War ein Mann im Kreisler Also muss der Mann auf Bakers Land Bei ihr eingestiegen sein Der Gerichtsmediziner hat den Tod Collinsons Ist auf Freitag zwischen 8 und 9 festgesetzt Die Pistole, die gefunden wurde, ist eindeutig als seine identifiziert Fingerabdrücke, Fehlanzeige Sehr gut, Feeney Nachdem Sie, Mr. Cotton Ja nun wohlbehalten aus San Francisco zu uns zurückgekehrt sind Haben Sie den Ausführungen Ihres Kollegen aus dem County etwas Sachdienliches hinzuzufügen? Herr Staatsanwalt Lassen wir das Meine Herren Zweifelsfrei hat Gabriel Collinson Ihren Mann ermordet Ich schätze, zu diesem Ergebnis wird morgen der Untersuchungsrichter und die werden Geschworenen auch kommen Und damit ist der Fall wohl erledigt Für die Continental sicher nicht, Mr. Vernon Selbstmord, ganz sicher Glaub ich nicht Dann war es ein Unglücksfall Der Weg ist doch gefährlich im Dunkeln Ich habe aufgehört, an solche Unglücksfälle zu glauben, Mr. Andrews Außerdem war da noch die Pistole, die in seinem Zimmer abgeschossen wurde Sie meinen, Gabriel ist die Schuldige? Er ist ermordet worden Vor zwei Wochen habe ich Ihnen gesagt, wir wären mit diesem verdammten Fluch noch nicht fertig Und man könnte nur damit fertig werden, wenn man in dieser Tempelgeschichte bis auf den Grund schürft Daran erinnere ich mich Sie vertraten die Theorie, zwischen dem Tod Ihrer Eltern und den bösen Erlebnissen bei den Heldons gäbe es ein Verbindungsglied Aber, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie keine Ahnung, was für ein Verbindungsglied das sein könnte Meinen Sie nicht, dass dieser Mangel dazu angetan ist, Ihre Theorie ein wenig, sagen wir, dunstig zu machen? Ihr Vater, Ihre Stiefmutter, Ihr Arzt und Ihr Mann Sind einer nach dem anderen in noch nicht einmal zwei Monaten umgebracht worden? Alle, die ihr am nächsten standen Sieht das nicht nach einem Programm aus? Und sind Sie sicher, dass es nicht noch weitergeht? Und falls es weitergeht, sind Sie nicht derjenige, der ihr am nächsten steht? Fit Steven hat angerufen. Er will nicht sprechen. Vielleicht ist es wichtig. Er wäre selber nach Gwisada runtergefahren, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, dass du sowieso nach Frisco kommst. Danke, Mickey. Dann lass mal die Katze aus dem Sack. Ein Mann hat mich am frühen Samstagmorgen um halb zwei angerufen. Er hat gefragt, ist dort Fit Steven? Ich habe Ja gesagt und dann hat er gesagt, also ich habe ihn umgebracht. Er hat das einfach so gesagt. Wen umgebracht? Das habe ich ihn auch gefragt. Aber von seiner Antwort konnte ich nur das Wort Geld verstehen. Es waren nämlich ein paar Leute hier. Marquardt und seine Frau. Laura Joins mit einem Mann. Ted und Sue von Slack. Und wir waren gerade in einem literarischen Freistilring. Ich hatte ein Bonmot auf der Zong und wollte... Komm zur Sache. Du wirst dich nie ändern. Das war bei meiner Post, als ich heute nach Hause kam. Samstag früh um neun in San Francisco abgestempelt. Wer Mrs. Karte sucht, können Sie gegen Zahlung von 10.000 Dollar haben. Kein Datum, keine Anrede, keine Unterschrift. Samstagmorgen ist sie um sieben noch gesehen worden, als sie alleine wegfuhr. Das hier ist 120 Kilometer entfernt so in den Kasten gesteckt worden, dass es um neun abgestempelt wurde. Darüber kann man schon graue Haare kriegen. Aber noch viel komischer ist, dass der Brief zu dir kommt und nicht zu Endrus. Wird mir das Scherereien machen. Das wird's. Aber ich dachte, es macht dir Spaß, Scherereien aus nächster Nähe zu erleben. Du müsstest allerdings nach Quisada hinunterfahren und dir vor den Kreisbeamten Löcher in den Bauch fragen lassen. Fahren wir gleich. Ich fahre erst heute Abend zurück. Treffen wir uns morgen vormittag im Sunset Hotel. Mr. Vernon und der County Sheriff. Mr. Feeney. Erwarten Sie auf 204. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Irgendwas Neues? Haben Sie von der Erpressung gehört? Ja. Ich habe Endrus geraten, das Geld bereitzustellen. Aber er will nicht. Und die Collinsons wollen's tun. Die Collinsons? Hubert Collinson, Eriks Vater. Hier ist der Brief. Nehmen Sie ihn, Sheriff. Staatsanwalt Vernon? Ja? Hm? 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 Okay. Das war Cotton. Er glaubt, etwas entdeckt zu haben. Kommen Sie mit. Wo sind wir? Vor Harvey Widdens Haus. Scheiß Expedition. Seine Karre ist nicht da. Also ist er auch nicht da. Kommt rein. Hier. Ein Taschentuch mit Spitzen, eine Haarbürste, ein Kamm aus Silber mit den Initialen G.D.L. Könnte Gabriel Dingsbums Lecket heißen. Und ob's das heißen könnte. Haben Sie ein Haarsdurchsuchungsbefehl? Winn, ich... Wenn Sie keinen haben, ist ein Bruch. Du bist verhaftet. Bleib stehen, Harf! Hat Cotton denn einen bestimmten Grund widmen, was in die Schuhe zu schieben? Naja, gute Freunde sind Sie nicht gerade. Kommen Sie! Wer ist da? Staatsanwalt Vernon. Augenblick. Dick schon zu Hause? Nein. Naja, ich seh ihn ja morgen früh, Mrs. Cotton. Warten Sie. War er hinter... Hinter Harvey... Harvey Ritten her? Ja. Glauben Sie ihm nicht, Mr. Vernon. Glauben Sie ihm kein Wort. Harf hat mit diesem Collinsens nichts zu tun. Nein? Nein, hat er nicht. Er konnte gar nicht. Er war hier. Ganze Nacht. Von... vor sieben, bis es hell wurde. Und wo war Ihr Mann? In der Stadt bei seiner Mutter. Hat irgendwer gesehen? Lassen Sie es aber gut sein. Das reicht doch nun wirklich. Mr. Feeney, Mr. Vernon. Bitte. Erzählen Sie es nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn das rauskommt. Aber ich konnte doch nicht zulassen, dass es auf Harf schiebt. Köstlich. Er ist dabei, es Harf in die Schuhe zu schieben. Und Harf verschafft sich in seinem Bett ein Alibi. Gerade kam ein Bericht von der Continental. Cotton ist Samstag früh um sieben oder kurz danach bei seiner Mutter angekommen und am selben Abend gegen sechs wieder abgefahren. Sieben oder kurz danach. Wissen Sie das bestimmt? Ah, Fit Steven ist angekommen. Kommen Sie, ich stelle Sie vor. Wer gibt's denn hier keinen... Owen, das ist Vernon, Staatsanwalt. Angenehm. Guten Tag. Ein Gespräch für Sie. Kabine 2. Um Gottes Willen, holen Sie Vernon und Feeney und kommen Sie her. Was ist denn los? Machen Sie schnell, was Schreckliches ist passiert. Ihre Hand ist noch warm. Offenbar erwürgt. Hier, das habe ich gefunden. Ist dann Whidden gestern Nacht gekommen. Sagte, mein Mann sei hinter ihm her. Wolle ihm die Collinsensache anhängen. Versteckte ihn in der Dachkammer. Er sagte, die einzige Möglichkeit, ihn zu retten sei, dass ich aussage, er wäre Freitagnacht hier gewesen, sonst würden sie ihn hängen. Aber er war in der Nacht gar nicht hier. Da habt ihr es. Ich wusste... Schnauze dick. Ich wusste da noch nicht, dass er versucht hat, Mrs. Collinsen Donnerstagnacht zu entführen. Auch das? Dick. Ihr Mann hat ihn beinahe erwischt, ist ihm dann nachgegangen und ihn umgebracht. Also, was wollen wir noch? Nach San Francisco gefahren, Whisky getrunken und beschlossen, das Kidnapping trotzdem durchzuführen. Worauf warten wir denn? Halt endlich dein blödes Maul. Brief geschrieben und zurückgekommen. Ihr auf der Straße begegnet und in ein altes Schnapsschmugglerversteck unter der stumpfen Spitze... Moment mal. Er ist ein Mörder. Ich werde ihm nicht helfen, Daisy Cotton. Das haben Sie geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Darf ich mal? Ich habe ihm das Zeug unter die Matratze gelegt. Das gebe ich ja zu. Nein, das ist schon Ihre Schrift. Aber das war auch alles. Und in ein altes Schnapsschmugglerversteck. Finde Sie? Na klar, unter der stumpfen Spitze. Worauf warten wir noch? Hier ist es. Nicht so schnell. Langsam auf den Felsen zu. Vorsicht! Rein da mit dem Kahn! Das schafft er nicht. Scheiß drauf! Rein mit dem Kahn! Höhle! Ein altes Schnapsschmugglerversteck. Da vorn! Halfs Boot! Los, raus! Keine Spur, Frank! Dick, du Verräter! Runter, Dick! Du Gottverdammter Verräter! Das war's, Herr Affe! Da hinten! Mrs. Collinson! Fini und Cotton, schaffen Sie Widdens Leiche ins Boot. Mrs. Collinson. Ich bin's. Erkennen Sie mich? Sie haben nichts mehr zu befürchten. Ja. Ja, gut. Sie ist sehr schöpft. Meinen Sie nicht... Unsere Fragen haben Zeit. ...willen mich entführen. Davon weiß ich nichts. Erics Telegram an die Continental. Davon weiß ich nichts. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht habe ich gewartet. Und dann bin ich los. Und dann... ...habe ich ihn gefunden. Im Wasser. ...an den Klippen. Und dann... ...habe ich's versucht. Zweimal... ...habe ich's versucht... ...habe ich's nicht... 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 Und dann, dann bin ich los, die Straße lang und dann stand da dieses Auto. Dieses Auto, quer auf der Straße. Und dann habe ich versucht auszuweichen. Und dann bin ich hier aufgewacht. Wie hat Witten Sie denn angeredet? Mrs. Carter oder Mrs. Collinsen? Er, er, er hat mich überhaupt nicht beim Namen genannt. Er hat nur das Nötigste gesagt. Er war ja nicht oft hier. Wann ist er denn heute gekommen? Noch vor Morgengrauen. Das Geräusch von seinem Boot hat mich wachgemacht. Sind Sie sicher? Ja. Ja. Mrs. Cotton war noch warm, als wir Sie gesehen haben nach elf. Was? Was reden Sie da? Sie hat tot dargelegen, als ich Sie gefunden habe. Sie haben sie erwürgt. Und gehofft, dass Ihr Brief den Verdacht auf Witten lenkt. Du Schwein! Lüge! Alles Lüge! Vernon und Finny liegen ganz schön daneben, wenn sie meinen, Cotton hätte bei der Entführung mit Witten gemeinsame Sache gemacht und wäre ihm dann in den Rücken gefallen. Meinst du nicht, Eifersucht ist für Cotton Motiv genug? Schon. Aber wo ist Wittens Motiv? Sich Cotton so auszuliefern? Außerdem. Wie geht diese Version mit der Tempelgeschichte zusammen? Muss denn da überhaupt eine Verbindung bestehen? Oh ja. Gelberes Vater, Ihre Stiefmutter, Ihr Arzt und Ihr Mann sind in weniger Wochen, als ich Finger an der Hand habe, um die Ecke gebracht worden. Naja, also das ist... Wenn du noch mehr Verbindungsglieder brauchst, bitte sehr. Erstens, Abton und Rupert sind wahrscheinlich die Anstifter der ersten Affäre gewesen. Sie sind tot. Joseph Helden war Anstifter der zweiten. Er ist tot. Witten der dritten. Er ist tot. Zweitens, Mrs. Leggett hat ihren Mann umgebracht. Cotton, vermutlich seine Frau. Und Helden hätte seine umgebracht, wenn ich ihm nicht in die Quere gekommen wäre. Drittens, Leggett hinterlässt einen Brief, der alles erklärt. Er ist ermordet worden. Mrs. Cotton hinterlässt einen Brief. Sie ist ermordet worden. Viertens... Da kann schon was dran sein. So wie du es darstellst, sieht es tatsächlich aus wie das Werk eines einzelnen Kopfes. Und zwar eines Durchgeknallten. Aber auch ein Durchgeknallter muss ein Motiv haben. Nur mal angenommen. Ja? Sie kennen mich doch. Ja, kommen Sie rein. Tom Fink. Er war einer von Heldens Helfern im Tempel des Heiligen Graal. Owen Fitzteven. Angenehm. Ich bin... Und? ...extra aus Frisco. Ja. Um Ihnen was zu erzählen. Ja. Es geht um Whitten. Ja. Wie geht's vielleicht auch? Okay, gehen wir raus auf den Flur. Na, dann mach raus damit. Da komm ich ja goldrichtig. Micky. Mrs. Collinsen. Ist okay. Ich war schon bei ihr. Fink... Bewusstlos, aber sonst okay. Und Fitzteven? Tja, das, was von ihm übrig geblieben ist, lebt noch, sagt der Arzt. Was, was? Was übrig geblieben ist. Ein Rumpf, ein Arm, ein Bein und ein halbes Gesicht. Ich bin Arzt. Alles okay mit Ihnen? So schnell bringt man mich nicht um. Das ist ja das Problem mit ihm. Helfen Sie den anderen Doktor. Ich würde mich gerne erst um Sie kümmern. Ich bin okay. Was habe ich Ihnen gesagt? Wie Sie meinen. Was ist eigentlich passiert? Fink kam in mein Zimmer. Er wollte mich sprechen. Er war nur allein. Also sind wir raus aus den Flur. Er hat nicht mal angefangen zu erzählen. Da ging die Bombe hoch. Vielleicht sollte er gar nicht anfangen. Das Fenster in meinem Zimmer war zu. Es hat kein Geräusch gegeben. Als Kimme war es durch die Scheibe. Die Bombe ist also nicht durchs Fenster rein. Was ist mit deiner Verbindungstür zu Mrs. Collinsons Zimmer? Außer ihr war niemand in ihrem Zimmer. Seit wir sie gestern von der stumpfen Spitze zurückgebracht haben, liegt sie dauernd im Bett. Vielleicht hat sie die Bombe in ihrem Zimmer deponieren lassen. Woher wusste sie, welches Zimmer sie kriegt? Nein. Als Bombenwerferin scheidet sie aus. Am besten du rufst gleich den Alten an, erzählst ihm, was passiert ist und fragst, ob sie inzwischen Andrews gefunden haben. Andrews ist weg? Seit gestern Morgen war er nicht mehr in seinem Büro. Keiner weiß, wo er ist. Ich will nicht bis an mein Lebensende auf sie aufpassen müssen. Er hat die Obhut über sie. Er ist für sie verantwortlich. Ich will sie ihm endlich zurückgeben. Owen ist tot. Nein, er ist am Leben. Wird er am Leben bleiben? Die Ärzte glauben es. Wenn er im Leben bleibt. Er wird dann ziemlich verstümmelt sein. Das wäre eine noch größere Befriedigung. Grinsen Sie nur. Ich wünschte, Sie könnten es weggrinsen. Aber es können Sie nicht. Es ist da und es wird immer da sein. Fluch beladen. Ach, hören Sie doch auf. Bloß weil eine bösartige Frau ihren Hass... Meine Stiefmutter hat nur laut ausgesprochen, was ich schon immer wusste. Es war ja nicht zu übersehen. Habe ich denn nicht die körperlichen Merkmale der Degeneration? Sehen Sie sich doch meine Ohren an. Kein Mensch hat solche Ohren. Nur Tiere. Sehen Sie sich meine Stirn an. Niedrig, wie bei Tieren. Und dann... meine Zähne. Und einen Boxfuß haben Sie nicht? Ihre Stiefmutter war eine Dehn. Und sie war das reinste Gift. Und wo waren denn bei ihr die körperlichen Merkmale der Degeneration? Das besagt nichts. Ich meine, sie hat sie vielleicht nicht gehabt, aber ich habe sie. Und die Geistigen dazu. Ich bin noch nie fähig gewesen. Klar zu denken, wie andere Leute. Nicht mal die einfachsten Gedanken. In meinem Kopf ist immer alles so konfus. Ganz gleich, worüber ich nachzudenken versuche, da ist immer ein... ein Nebel, der sich zwischen mich und den Gedanken schiebt. Andere Gedanken schieben sich dazwischen. Und so kriege ich kaum meinen Schimmer von dem, den ich fassen will. Und schon habe ich ihn wieder verloren und muss ihm wieder nachjagen durch den Nebel. Und dann finde ich ihn schließlich. Bloß um zu erleben, dass es wieder und wieder passiert. Können Sie begreifen, wie grauenhaft es wird, so durchs Leben zu gehen? Nein, kann ich nicht. Mir kommt das völlig normal vor. Aber? Nichts aber. Sie sind alt genug zu wissen, dass alle Menschen, ausgenommen verrückt und dumme, sich ab und zu in Verdacht haben, nicht ganz normal zu sein. Anzeigen dafür findet man leicht. Je tiefer man bei sich selber schürft, umso mehr fördert man zu Tage. Sie haben sich einer Selbstprüfung unterzogen, der wohl sonst keine Seele standgehalten hätte. Ein Wunder, dass Sie sich nicht tatsächlich in den Irrsinn getrieben haben. Vielleicht habe ich. Nein. Heute Morgen lässt jemand sozusagen neben Ihrem Bett ein Paket Nitroglycerin hochgehen und heute Abend sitzen Sie schon wieder da und diskutieren mit mir, ob Sie normal sind. Wenn Sie nicht normal sind, dann nur insofern, als Sie zäher, vernünftiger und kühler sind. Hören Sie auf. An ihr Dane-Blut zu denken und denken Sie an das Mayenne-Blut in Ihnen. Was meinen Sie denn, wo Sie die Zähigkeit hier haben, wenn nicht von ihm? Ich bin froh. Ich bin Ihnen dankbar für das, was Sie gesagt haben, wenn Sie es ernst meinen. Aber was ich auch sein mag, Sie hat schon recht gehabt. Sie können nicht abstreiten, dass mein Leben verflucht ist und ebenso das von allen, die mit mir in Berührung kommen. Ein Gegenbeispiel wäre schon mal ich. In letzter Zeit bin ich viel in Ihrer Nähe gewesen und mir ist nichts passiert, was nicht durch eine gute Nachtruhe wieder in Ordnung zu bringen wäre. Bei Ihnen ist doch keine persönliche Beziehung da. Bei Ihnen ist es beruflich. Das zieht nicht. Nehmen Sie Fit Steven. Er war zwar mit Ihrer Familie bekannt, aber erst durch mich ist er hier gewesen. Sie täuschen sich. Owen hat mich geliebt. Hatten Sie... Nein, bitte. Verlangen Sie nicht, dass ich darüber spreche. Nicht nach dem, was heute Morgen passiert ist. Ich glaube nicht an einen Fluch, an einen, der von Teufel oder von Gott kommt, aber gibt es nicht Menschen, die so durch und durch, so von Grund auf böse sind, dass sie jeden, den sie berühren, vergiften. das Schlechteste in ihm zum Vorschein bringen. Es gibt Menschen, die das können, wenn sie es wollen. Ah. Nein, ob sie es wollen oder nicht. Ich habe Eric geliebt, weil er gut und anständig war. So habe ich ihn geliebt. Und anders wollte ich ihn nicht haben. Und dann, als wir verheiratet waren... Sie waren Jungfrau. Ich bin's noch. Da ist weiter nichts dabei. Sie sind's noch und haben die üblichen dummen Gedanken und sind im Rauschgift. Ja. Das setzt ihr Interesse am Sex herab, sodass ihnen ein vollkommen natürliches bei jemand anderem nicht normal erscheint. Eric war zu jung, zu sehen, sie verliebt, vielleicht auch zu unerfahren, um Ungeschicklichkeiten zu vermeiden. Es ist ja nicht nur Eric gewesen. Alle Männer, die ich gekannt habe. Warum wollen denn die Männer... Warum haben... alle Männer? Ich habe mich geschämt, dass die Männer so zu mir waren. Woher wissen Sie denn, ob nicht die meisten Männer zu den meisten Frauen so sind? Wie kommen Sie auf den Gedanken, dass Ihr Fall so einzigartig ist? Jetzt haben Sie es geschafft, dass ich mir blödsinnig vorkomme. Nicht viel blödsinniger als ich mir selber. Angeblich bin ich Detektiv. Seit diesem Auftrag fahre ich in einem Karussell, immer im selben Abstand hinter Ihrem Fluch her und ich ahne, wie er aussieht, wenn ich es mal schaffe, von vorn an ihn ranzukommen. Ich habe es aber nie geschafft. Jetzt werde ich es. Halten Sie es noch ein, zwei Wochen aus? Sie meinen... Ich werde Ihnen beweisen, dass Ihr Fluch nichts weiter ist als Kokolores. Meinen Sie das im Ernst? Man kann das zu einem Ende bringen. Könnten Sie für eine Weile wieder in das Haus in der Mulde ziehen? Das hilft uns und dort sind Sie sicher. Wir nehmen eine Haushälterin mit ein, zwei Mann von unserer Agentur. Ich werde Maufjum brauchen. Richtig. Wie ist Ihre Tagesration? Zehn Grad. Na, das geht doch noch. Nehmen Sie das Zeug gern? Ich fürchte, es kommt nicht mehr darauf an, ob ich es gern nehme oder nicht. Sie haben ja die Hörstpresse gelesen. Wenn Sie davon loskommen wollen, werden wir die Zeit im Tukohaus zu einer Entziehungskur nutzen. Gehen Sie jetzt, bitte. Machen Sie mir nicht noch mehr Hoffnung. Fahre nach San Francisco ins spanische Viertel zu Wigdales. Ich brauche 50 Gramm Morphium und 8 Kalomä im Bekak-Atrop-Dienstricht in Ninkaskara an Polen. Wen wirst du denn damit umbringen? Beeilig. Und kein Wort zum Alten. Ich bin gekommen, um Mrs. Collinsen nach San Francisco zurückzuholen. Nicht nach San Mateo? Was wollen Sie damit sagen? Weiß der Himmel. Vielleicht ist mein Geist durch Zeitungslektüre auf Abwege geraten. Mrs. Helden hat mich in beruflicher Angelegenheit zu sich gebeten. Ich habe Sie aufgesucht, um mir klarzumachen, dass es unter den gegebenen Umständen unmöglich ist, Ihre Beratung oder Vertretung zu übernehmen. Und wenn Sie 30 Stunden brauchen, um mir das klarzumachen, geht das niemand etwas an? So ist es. Nun, Gabriel, kommen Sie mit? Soll ich? Nein. Es sei denn, Sie wollen. Ich will nicht. Dann ist das erledigt. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt zurück in die Stadt. Sie sollten sich ein Telefon herlegen lassen, falls Sie mich brauchen. Was war das eben mit San Mateo? Wie intim ist er denn mit Erronia, Helden? Ich habe keine Ahnung. Warum haben Sie so mit ihm geredet? Detektivhandwerke. Es gibt ein Gerücht, dass die Übernahme Ihrer Verwögensverwaltung ihm geholfen hat, seinen Kopf über Wasser zu halten. Vielleicht ist ja nichts dran. Aber es kann nicht schaden, ihm ein bisschen Angst zu machen. Angst? Wozu? Falls er irgendein Ding gedreht hat, kann er es jetzt noch gerade biegen. Hat ja keinen Sinn, dass Sie zu all Ihrem Kummer auch noch Geld einbüßen. Dann hat er... Er hat eine Woche mindestens. Das müsste reichen. Meinen Sie es ehrlich mit mir? Glaube ich an Sie, weil Sie aufrichtig sind? Oder weil Sie es als Berufstrick gelernt haben, Menschen dazu zu bringen, an Sie zu glauben? Ihr Glaube an mich beruht auf meinem Glauben an Sie. Haben Sie sich was vorgemacht, als Sie sagten, ich will nicht schlecht sein? Nein. Ich will es nicht. Ich will es wirklich nicht. Also. Wenn Sie von dem Zeug loskommen wollen, kriegen wir sie eben los. Wie lange wird es dauern? Eine Woche, vielleicht weniger. Werde ich viel auszustehen haben. Die Zähigkeit Ihres Vaters wird Sie darüber hinwegbringen. Herzliche Grüße von Vic Dallas. Er hat mich gefragt, wieso du das Fach wechselst. Mit einer Kanone ging sowas immer noch schneller. Der alte Pillendreher. Übrigens, Fit Steven ist inzwischen wieder bei Bewusstsein. Aus seinem Verband guckt dein Auge, ein Ohr und deinen Mund drauf. Hat man ihn schon vernommen? Zum Reden ist er noch viel zu schwer. Guten Morgen, Ihr Frühstück. Nur Orangensaft? Nur Orangensaft. Guten Morgen, Ihr Frühstück. Wieder nur Orangensaft. Wieder nur Orangensaft. Und ab morgen kein Morphium. Überhaupt keins mehr? Überhaupt keins mehr. Aber da sterbe ich. Ich weiß ja, dass ich jeden Tag weniger kriege, aber Sie können doch nicht auf einmal damit... Sie machen bloß Spaß. Waren Sie heute weg? Nein. Weg damit! Weg, 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 weg! Trinken Sie Ihren Ruhm. Nein! Auch oft. Trinken Sie! Wird es noch schlimmer. Noch. Noch. Es wird noch viel schlimmer. Nichts, was Sie nicht aushalten können. Sie passen nur auf, dass mich keiner so sieht. Ich möchte Mrs. Collinson sprechen. Ich will ihr alles ausrichten, was Sie ihr mitzuteilen haben. Ich möchte Sie sprechen. Sie möchte Sie aber nicht sprechen. Gibt's was auszurichten? Mrs. Collinson muss mit mir nach San Francisco zurück. Soll Sie dort ins Irrenhaus, damit das Vermögen unter Ihrer Kontrolle bleibt? Glaubt Gabriel das? Sie können Mrs. Collinson mitteilen, dass ich dem Gericht noch diese Woche meine Testamentsvollmacht zurückreichen werde. Zusammen mit einer Abrechnung über das Vermögen und einem Gesuch um eine Ablösung. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Nicht sehen. Nicht hören. Nicht riechen. Nicht schmecken. Nicht spülen. Nein, 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 nein. Nicht, nicht weg. Nicht weg. Jetzt. Bitte. Jetzt. Nicht weg. Bitte. Nein, nein. Nicht weg. Nicht kämpfen jetzt. Nein, nein. Nicht dagegen kämpfen. Nein, 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 nein. Lassen Sie sich gehen. Nein, nein. Nein. Kommen Sie. Nein, nein, nein. Lassen Sie sich gehen. Nein, nein, nein. Ich passe auf Sie auf. Oh, nein. Nein. Gabriel. Nein. Vernon hat für Steven inzwischen vernommen. Angeblich hat er die Bombe nicht gesehen. Nein, aber er hat was gehört, gleich nachdem du mit Fink das Zimmer verlassen hast. Da hat er was gehört? Ja, ein Klirren, wie von feilenden Scherben und einen dumpfen Aufschlag neben sich. Ein Klirren von Scherben. Das hat er gehört. Und das hat der Vernon gesagt? Das hat der Vernon gesagt. Ich habe gesagt, ich will nicht schlecht sein. Das ist gelogen. Ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich will. Morphium. Morphium. Sofort. Morphium. Sie haben völlig recht. Bei Männern. Da bringe ich immer nur das Schlimmste zum Vorschein. Weil ich es so will. Ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich will. Ich will Morphium. Ich habe es auch getan. Bloß. Bei Dr. Rees. Und bei Eric. Da ist es mir nicht gelungen. Und deswegen mussten sie sterben. Ich habe Joseph befohlen, Aronia umzubringen. Und Harvey, Eric. Und ich habe es gewollt. Ich habe es gewollt. Ich will. Morphium. Ich habe Geld gebraucht. Und mein Schluss hat mir nicht genug gegeben. Und deswegen haben Harvey und ich die Entführung vorgetäuscht. Dass ihr Harvey erschießt, das habe ich nicht gewollt. Ich habe doch das Geld gebraucht. Nein. 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 Das habe ich nicht gewollt. Ich will Morphium. Morphium. Die Bombe. Die habe ich seit Monaten gehabt. Aus Daddys Labor. Und zwischen Owen und mir war gar nichts. Das war auch gelogen. Die Bombe war nur für sie. Für sie. Für sie. So. Und jetzt. Lassen sie alles aufschreiben. Schnell. Ich unterschreibe es. Und jetzt. Können sie nie. 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 Nie mehr behaupten. Ich wäre es wert. Gerettet zu werden. Ja. Ich will Morphium. Ich muss mit ihnen reden. Warum haben sie das alles mit na für mich ausgehalten. Ich weiß. Ich war widerwärtig. Abscheulich. Ich weiß, was sie jetzt von mir denken müssen. Warum haben sie das getan? Ich bin doppelt so alt wie sie. Ein alter Mann. Der Teufel soll mich holen, wenn ich mich lächerlich mache, indem ich ihnen sage, warum ich das getan habe. Warum es weder widerwärtig war, noch abscheulich. Und warum ich es nochmal tun und mich darüber freuen würde. Sie meinen? Ich meine gar nichts. Und wenn sie mir mit ihrem offenen Bademantel was vorexerzieren wollen, werden sie sich einen Husten holen. Waren sie jetzt weg? Ja. und lassen mich den ganzen Nachmittag allein. Wenn sie sich schön warm halten. Nie wieder gehe ich in dein Hotelzimmer. Von Hotelzimmer kann ja wohl keine Rede sein. Sei denn, du hältst Senquentin für ein Hotel. Senquentin? Kräftig genug, ein Verhör durchzustehen, oder sollen wir noch ein, zwei Tage warten? Ich müsste eigentlich in guter Verfassung sein. Gut. Punkt eins. Fink hat dir die Bombe überreicht, als er dir die Hand gab. In diesem Augenblick stand er mit dem Rücken zu mir. Du hast nicht gewusst, was er dir übergab, aber du musstest es nehmen, weil du uns sonst mit der Nase darauf stößt, dass du mit der Bande vom Heiligen Graal unter eine Decke gesteckt hast. Ich sammle Sand. Du hast den Mord an Reese inszeniert und als Joseph tot war, wurde alles auf ihn geschoben. Das hätte reichen müssen, deine Helfer um Fink zu entlasten, aber was machst du? Du bringst auch noch Collinson um und schmiedest andere Pläne. Fink weiß, wenn du so weitermachst, kommt alles raus, auch die Tempelgeschichte und er wird mit dir baumeln. Wird ja immer besser. Ich habe also Collinson ermordet. Du hast ihn ermorden lassen. Du hast Witten angeheuert und ihn nicht bezahlt. Da hat er das Mädchen entführt, er es pfand. Er wusste, sie weiß, worum es dir ging. Weißt du, ich habe mir immer gedacht, dass du insgeheim was ungeheuer Idiotisches ausbrütest. Hinter allen Affären um Gabriel hat ein einziger Kopf gesteckt. Du bist der Einzige, der so einen Kopf hat, dessen Beziehung sich zu jeder Episode nachweisen lässt und der das notwendige Motiv hat. Und damit endet die Geschichte vom Fluch des Hauses Dane. Und wenn ich dir verrate, dass auch ich ein Dane bin? Was? Meine Mutter und Gabriels Großmutter waren Geschwister. Geh jetzt, geh und lass mich nachdenken. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht werde ich mich an den Fluchklammern, ihn benutzen, meinen teuren Hals zu retten. In diesem Fall, mein Sohn, wirst du eine Verteidigung erleben, eine Zirkusvorstellung, über die sich die Presse überschlagen wird, vor Wurne. Und meinen verstümmelten Leib werde ich vor ihnen schwenken. Ein Arm, ein Bein, ein halbes Gesicht, eine herrliche Zirkusvorstellung. Wahrscheinlich kommst du damit sogar durch. Mir soll's recht sein. Du hast schon genug abgekriegt. Und wenn je einer den juristischen Anspruch gehabt hat, mit diesem Paragrafen davon zu kommen, dann du. Was, juristischen Anspruch? Brauch ich nicht. Oh ja, mein Sohn. Den hast du. Den juristischen Anspruch? Von wegen. Ich bin nicht krank. Ich tue, was ich will. So oft ich will und ohne jede Strafe. Ich mach mich lustig über alle. Also bin ich gesund. Denn wenn ich nicht gesund wäre, dann wüsste ich ja nicht, dass ich krank bin. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich nicht gesund bin, wenn ich mich krank stelle, dann würden sich ja alle bei mich lustig machen. Ich bin nicht krank. Aaron Fitz Steven nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. und ich sehe sie vor mir. Die Schlagzeilen. Ich werde sie dir vorlesen, Alice. Geliebte Alice. Alice Leggett. Geborene Dane. Ich werde Ihnen unser süßes Geheimnis erzählen müssen. Unser süßes Geheimnis. auch unseres Erronie. Geliebte Erronie Heldin. Und das verstehst du doch. Es geht doch um meinen Hals. Und deswegen muss ich Ihnen alles erzählen. Alles. Den Mord an Rupert. Nicht schuldig. Edgar. Nicht schuldig. Alice. Nicht schuldig. Dr. Reese. Nicht schuldig. Eric. Ja. Gabriel. Auch Eric. Und Daisy Cotton. Nicht schuldig. Ich werde Ihnen alles erzählen. Es geht doch um meinen Hals. Und damit um uns. Aber das werde ich Ihnen nicht erzählen, Gabriel. Das. Nicht. Das alles. War doch nur für dich. Für dich. Gabriel. Der Fluch des Hauses Dane. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett. Aus dem amerikanischen von Wulf Teichmann. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Norbert Schäffer. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren. Detektiv Otto Sander. Gabriel Sascha X. Owen Fitzteven Heinrich Gieskes. Mickie Linnehan Gerd Andresen. Dick Cotton. Peter Dirschauer. Mrs. Daisy Cotton. Christine Davis. Ben Rolly. Christian Körner. Vernon. Hüseyin Chirpici. Fini. Felix von Mantäufel. Harvey Whidden. Günter Lampe. Madison Andrews. Wolfgang Höpper. Debro. Walter Renneisen. Mary Nunez. Manuela Romberg. Baker. Peter Fricke. Tom Fink. Andreas Serdar. Dr. George. Hans-Peter Bögel. Nachtportier. Hubertus Gerzen. Megafon I. Walter Renneisen. Megafon II. Günter Lampe. Ton Daniel Senger. Ton Daniel Senger. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Susanne Piesker. Musik Gerd Bessler. Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1998. Dramaturgie Klaus Schmitz. Wenn sie dich aufhängen. Wenn sie geschnappt sind, werden sie reden. Über uns. Wir sitzen auf Dynamit. Und uns bleiben nur noch Minuten, uns auf die Polizei vorzubereiten. Erzähl mir jetzt alles, schnell. Gatman hat ihn nach Konstantinopel geschickt. Ja. Dort hab ich Kairo kennengelernt und ihn gebeten, mir zu helfen. Dann haben wir... Moment. Du hast Kairo gebeten, Camidoff den Vogel auszuspannen. Ja. Für Gatman. Wir dachten, wir beschaffen ihn für uns selbst. Und dann? Ja, dann bekam ich Angst, dass Kairo nicht verspielt und deshalb hab ich Thursby engagiert. Weiter. Ja, nun, wir haben den Vogel geschnappt und sind nach Hongkong. Mit Kairo. Wir ließen ihn in Konstantinopel zurück. Im Gefängnis. Wegen einer Scheckgeschichte. Die du eingefädelt hattest. Ja. Schön. Dann bist du mit Thursby und dem Vogel nach Hongkong. Ja, und dann... Ich wusste ja nicht, ob ich ihm trauen kann. Jedenfalls traf ich Käpt'n Jacobi und gab ihm den Vogel. Und dann habt ihr einen Schnelldampfer genommen. Was dann? Ja, dann hatte ich Angst vor Gatman. Ich hatte Angst, dass er mich findet oder Floyd kauft. Das ist gelogen. Du hattest Thursby im Sack und das wusstest du auch. Gegen Frauen war er einfach machtlos. Das geht einwandfrei aus seinen Akten hervor. Reingelegt haben ihn immer nur Frauen und einmal ein Hammel, immer ein Hammel. Du hast ihm gesagt, dass er beschattet wird. Ich hab's ihm gesagt, ja. Ich dachte, er kriegt Angst und verschwindet aus der Stadt. Nicht einen Augenblick hab ich gedacht, dass er ihn einfach so niederschießt. Wenn du das gedacht hast, hast du sogar recht gehabt. Thursby hat Miles nicht erschossen. Was? Miles hatte nicht viel Grips. Aber er war genau so dumm, wie er es verkraften konnte. Er hatte zu viel Erfahrung als Detektiv, um sich von einem Mann, den er beschattet, in eine Sackgasse locken zu lassen, mit zugeknöpftem Mantel die Kanone fest in der Hüfttasche. Aber mit dir, mein Engel, wenn du ihn gebeten hättest, mit dir in die Sackgasse zu gehen, wäre er mit dir auch gegangen. Er hätte sich die Lippen geleckt und dann hättest du im Dunkeln so dicht vor ihm stehen und ihn durchlöchern können, wie du wolltest. Sam, das ist nicht dein Ernst. Du weißt, dass ich... Warum hast du ihn niedergeschossen? Ich hab nicht... Du hast Miles und mich gebeten, uns selbst um deinen Fall zu kümmern. Du wolltest sicher sein, dass der Beschatter jemand ist, den du kennst und der dich kennt, damit er mit dir geht. Du hast dir die Kanone vorher von Thursby geben lassen. Du hattest bereits seit Tagen dein Appartement im Coronet gemietet. Ja, stimmt, Sam. Ich wollte... Ich... Ich kann dir nicht ins Gesicht sehen und es dir sagen. Du hast gedacht, Floyd greift ihn an und einer von beiden beißt ins Gras. Erwischte Thursby, bist du ihn los. Erwischt es Miles, wird Floyd geschnappt und aus dem Verkehr gezogen. Richtig so. Ungefähr so. Und als du gemerkt hast, dass Thursby Miles gar nichts tun will, hast du dir seine Kanone besorgt und es selbst gemacht. Stimmt's? Ja, aber nicht genau. Und dann hast du gehört, dass Thursby umgelegt wurde. Und da hast du gewusst, dass Gatman hinter dir her ist. Und deshalb brauchtest du einen neuen Beschützer. Und deshalb bist du zu mir richtig. Ja, aber nicht nur deshalb. Ich wusste doch vom ersten Augenblick an, als ich dich sah, dass... Ja, wenn du Glück hast, bist du in 20 Jahren wieder raus aus St. Quentin und kannst zu mir zurück. Sam... Ich hoffe, mein Schatz, dass sie dich nicht aufhängen an deinem süßen, schlanken Hals. Sam... Du hast nur mit mir gespielt. Nur so getan, als ob. Du hast mich... Du... Du liebst mich gar nicht? Du bist mit mir ins Bett, um meinen Fragen zu entgehen. Du hast mich gestern reingelegt mit deinem gedückten Hilferuf. Du bist gestern Abend mit ihnen hierher, hast auf mich gewartet und mich zu ihnen geführt. Als die Falle zugeschnappt hat, hast du in meinen Armen gelegen. Ich hätte mich nicht mal wehren können. Du lügst! Jetzt lügst du! Wenn du sagst, dass du trotz allem nicht weißt, dass ich dich liebe, lügst du! Na und? Lass mich jetzt gehen. Nein. Wenn ich dich nicht der Polizei übergebe, bin ich selbst dran. Nicht einmal das willst du für mich tun? Warum tust du mir das an? Bestimmt hat dir Miles viel bedeutet. Miles war ein Arsch! Du wirst mich nie verstehen. Aber ich versuch's noch einmal. Wenn der Partner eines Mannes ermordet wird, muss dieser Mann etwas tun. Egal, ob er ein Arsch war, er war sein Partner. Wir befinden uns nämlich zufällig in der Detektivbranche. Und wenn einer aus der Branche ermordet wird, ist das schlecht fürs Geschäft, wenn der Mörder damit durchkommt. Ich bin Detektiv. Und wenn man von mir erwartet, Verbrecher aufzuspüren und sie laufen zu lassen, dann ist das so, als ob man von einem Hund verlangt, ein Kaninchen zu fangen und es wieder laufen zu lassen. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht so... Ich bin noch nicht fertig. Viertens. Egal, was ich jetzt tue, ich kann ihn nicht laufen lassen, ohne mich selbst einen Galgen zu liefern. Fünftens. Wenn ich dir vertraue und damit durchkomme, hast du was gegen mich in der Hand, was du jederzeit gegen mich ausspielen kannst, wann immer es dir passt. Sechstens. Da ich ja auch was gegen dich in der Hand habe, kann ich nie sicher sein, ob du nicht auch mir eines Tages ein Loch in den Bauch schießt. Siebtens. Mir wird schon bei dem Gedanken schlecht, dass es auch nur eine Möglichkeit von 1 zu 100 geben könnte, dass du mich verarschst. Und achtens. Es reicht schon. All das liegt auf der einen Seite der Waagschale. Und was haben wir auf der anderen? Dass du mich vielleicht liebst. Dass ich dich vielleicht liebe. Aber du weißt doch, ob du mich liebst. Mal angenommen, ich liebe dich, was dann? Einen Monat später ist es vielleicht schon vorbei. Ich kenne das. Und was dann? Sam. Hör zu. Wenn du das alles nicht kapierst, vergiss es. Dann sag ich so. Ich werde es nicht tun. Weil alles in mir sagt, holst der Teufel scheiß auf die Folgen, tu's. Und weil... Hol dich der Teufel. Du genau damit bei mir gerechnet hast. Genau. Wie bei den anderen. Sieh mich an, Sam. Und sag mir jetzt die Wahrheit. Hättest du mir das angetan, wenn der Volker echt gewesen wäre? Und du dein Geld bekommen hättest? Hallo, Tom. Hallo, Lieutenant. Habt ihr sie? Wir haben sie. Prima. Hier habt ihr noch eine. Sie hat Miles umgebracht. Wenn sie noch ein paar Beweise, ein paar Kanonen, 1000-Dollar-Schein, mit dem ich bestochen werden sollte. Gatman ist tot. Wem er guckt, war gerade damit fertig, ihn zu durchlöchern, als wir hinkamen. Darauf hätte er eigentlich gefasst sein müssen. Morgen, mein Engel. Stimmt, das... ...was in den Zeitungen steht. Was in den Zeitungen steht, stimmt. Aber was war denn mit deiner weiblichen Intuition? Hast du ihr das angetan, Sam? Dein Sam ist Detektiv. Sie hat Miles umgelegt. Einfach so. Nein. Fass mich jetzt nicht an. Bitte. Bitte. Ich weiß ja, dass du recht hast. Aber fass mich jetzt nicht an. Nicht jetzt. Alva ist drin. Ja. Schön. Schön. Der Malteserfalke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Zweiter und letzter Teil. Ersprachen Sam Spade Dieter Laser Bridget O'Shaughnessy Susanna Fernandes-Geneva Joel Cairo Jens Wawracek Effie Perrine Sascha X Kasper Gutmann Peter Fricke Wilmer Cook Benjamin Reding Benjamin Reding Lieutenant Dandy Hans-Jürgen Geert Detective Sergeant Pollhaus Peter Dershauer Ria Gottman Sabine Niedhammer Taxifahrer Götz Argus Luke Gerd Andresen Kapitän Jacoby Klaus Spürkel Portier Andreas Serdar Und Sprecher Matthias Brüggemann Ton Roland Seiler Technik Regine Schneider Regieassistenz Birgit Kehrer Musik Gerd Bessler Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer Produktion Südwestfunk Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1996 Dramaturgie Klaus Schmitz Musik 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 Ich bin ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spade und Archer. Der Malteserfalke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem amerikanischen von Peter Naujak. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil. Was kann ich für Sie tun, Miss Wanderley? Könnten Sie... Ich dachte, ich... Das heißt, ich... Wie wär's, wenn Sie alles von Anfang an erzählen? Das war in New York. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ihn kennengelernt hat. Ich mein, ich weiß nicht, wo in New York. Sie ist fünf Jahre jünger als ich und wir haben nicht dieselben Freunde. Ich glaub, wir haben uns nie so nahe gestanden, wie Schwestern das eigentlich sollten. Mama und Papa sind in Europa. Es bringt sie um. Ich muss sie zurückholen, ehe sie nach Hause kommen. Ja. Sie kommen am Ersten. Dann haben wir noch zwei Wochen. Ich hab nicht gewusst, was sie getan hat, bis ihr Brief kam. Ich war entsetzt. Ich hab ihr ein Telegramm geschickt und sie gebeten, nach Hause zu kommen. Ich hab es hierher geschickt, postlagern. Das war die einzige Adresse, die ich hatte. Eine ganze Woche hab ich gewartet. Keine Antwort, kein einziges Wort. Deshalb bin ich nach San Francisco. Ich hab ihr geschrieben, dass ich komme. Das hätte ich lieber nicht tun sollen. Vielleicht nicht. Sie haben sie nicht gefunden. Nein. Gestern Nachmittag bin ich zum Postamt. Ich bin dort geblieben, bis es dunkel wurde. Heute früh bin ich wieder hin. Ich hab Corinne nicht gesehen. Dafür aber Floyd Thursby. Er wollte mir nicht verraten, wo Corinne ist. Er hat gesagt, sie will mich nicht sehen. Das kann ich nicht glauben. Er hat versprochen, ihr zu erzählen, dass er mich getroffen hat und sie zu mir zu bringen. Und zwar heute Abend ins Hotel. Er hat gesagt, er weiß, dass sie nicht kommt. Er hat aber versprochen, selbst zu kommen, wenn sie nicht will. Oh. Entschuldigung. Schon recht, Miles. Komm rein. Miss Wanderley, das ist Miles Archer, mein Partner. Angenehm. Guten Tag. Miss Wanderleys Schwester ist aus New York mit einem Burschen namens Floyd Thursby durchgebrannt. Sie sind hier. Miss Wanderley hat Thursby getroffen und ist für heute Abend mit ihm verabredet. Vielleicht bringt er die Schwester mit, wahrscheinlich aber nicht. Miss Wanderley möchte, dass wir die Schwester finden, ihm entreißen und auf den Heimweg bringen. Richtig? Ja. Das dürfte kein Problem sein. Wir werden heute Abend einen Mann vor ihr Hotel beordern. Der wird ihm auf den Fersen bleiben, bis er uns zu ihrer Schwester geführt hat. Wann will er Sie aufsuchen? Nach acht. In Ordnung, Miss Wanderley. Wir werden einen Mann dort hin beordern. Mr. Spade, könnten nicht Sie oder Mr. Archer? Ich würde, ich erwarte natürlich, dass ich dafür mehr bezahlen muss. Reichen 200 Dollar? Reichen. Miss Wanderley, Ich werde mich persönlich drum kümmern. Ich werde mich nicht drum kümmern. Ich werde mich mit der Künfer und Schleus natürliche nehmen, was ich nicht da geht. Wir machen auch ein paar Hülänger. Ich werde mich mit der Künfer und Schleushe магазin´s mit dem Schleus zugreifen. tot im nebel hallo ja am apparat tot ja in 15 minuten was suchen sie hier ich bin sam spade tom paulhaus hat mich anrufen aber natürlich ich hab sie erst nicht erkannt sie sind da hinten hallo sam hab mir gedacht du willst sie noch sehen wie wir ihn fortschaffen dank getan was passiert genau durch die pompe mit dem da in werbley englisch nicht wahr war die fosbury automatischer revolver 38 8 schuss wird nicht mehr hergestellt wie viele sind raus eine kugel weil es muss schon tot gewesen sein als er durch den zaun hier war hat ihn gefunden der mann auf streife schilling hat ihren schuss gehört herr gott noch mal wir sind doch auch erst gekommen sicher hat ihn jemand gehört wir müssen ihn nur noch finden meins kanone war in der hüfttasche nicht abgefeuert sein mantel war zu in seinen taschen waren 160 eier und ein paar zerquetschte war er im dienstern er sollte ein typ namens leute das biebe schatten weswegen weswegen ich muss los oder willst du seiner frau beibringen das ist so kam meins hatte sicher seine fehler wie wir alle aber ich schätze er muss auch ein paar gute seiten gehabt haben das wird wohl so gewesen sein das wird wohl so gewesen sein das wird wohl so gewesen sein halb fünf heute der teufel hallo tor hallo lieutenant kommt rein auf das verbrechen hast du es mal als frau beigebracht wie hat sie es aufgenommen von frauen verstehe ich nichts ausgerechnet du was für eine kanone tragen sie bei sich keine ich mag die dinger nicht besonders im büro sind natürlich welche eine davon hätte ich gerne gesehen sie haben nicht zufällig eine hier sehen sie sich um stellen sie die bruder auf den kopf wenn sie einen haussuchungsbefehl haben nur red kein quatsch sam was wollen sie dann die wer ist serspie was ich über ihn weiß habe ich tom schon erzählt tom haben sie verdammt wenig erzählt ich weiß auch verdammt wenig warum haben sie ihn beschattet miles hat ihn beschattet und zwar aus einem ziemlich einleuchtenden grund wir haben einen klienten und der zahlt für seine beschattung wer ist dieser klient aber aber sie sagen es mir jetzt oder sie werden es vor gericht sagen müssen schließlich geht es hier um mord es ist schon eine ganze weile her dass ich geheult habe wenn ein bull mich nicht leiden konnte sam jetzt was juckt eigentlich deinen jungen freund das will ich ihnen sagen genau 35 minuten nachdem sie die berg street verlassen hatten wurde serspie vor seinem hotel niedergeschossen tom sagt sie hatten so eilig dass sie nicht mal einen blick auf ihren partner werfen wollten verdammt noch mal sam du konntest ja nicht schnell genug wegkommen sie sind auch nicht zur archer nach hause um es seiner frau zu sagen wir haben dort angerufen ihre sekretärin war da ich gebe ihnen zehn minuten um an ein telefon zu gehen und mit ihrer sekretärin zu sprechen weitere zehn minuten für den weg zu serspays bude und damit bleiben ihnen gute zehn bis 15 minuten um serspair aufzulauern ich wusste wo er wohnt wann sind sie nach hause gekommen 20 vor 4 bin herumgelaufen und habe nachgedacht wo sind sie herumgelaufen die bush street rauf und wieder runter haben sie jemand gesehen nein keine zeugen sie haben ihr glas noch nicht ausgetrunken lieutenant noch ein traum nein dankeschön sie haben noch nicht genug beisammen um mich einlochen zu können was dann die drei frauen sie ist da drin ich hab dich doch gebeten sie mir vom leib zu halten aber sie haben mir nicht gesagt wie stellen sie sich nicht so an sam ich habe sie die ganze nacht auf dem hals gab tut mir leid mein engel ich habe nie hallo mein armer lieblings bruder gesagt er ist heute morgen gekommen hast du ihn umgebracht sei lieb zu mir sein du hast meinen mann umgebracht sein sei lieb zu mir wird es nicht herkommen sollen das war nicht klug du kannst nicht bleiben kommst du heute haben nicht heute abend bald bald wie bald sobald ich kann auf wiedersehen nun wie sind sie mit der witwe zurechtgekommen sie glaubt ich hätte miles erschossen damit sie sie heiraten können die polizei glaubt ich hätte first beerschossen werden sie aber heiraten wird kein stoß sie hält es nicht für stoß warum sollte sie auch ich wünschte ich hätte sie nie gesehen ja jetzt vielleicht ich weiß nie was ich mit frauen reden oder machen soll außer eben das eine außerdem konnte ich miles nicht leiden das ist gelogen sam halten sie es für möglich dass sie ihn getötet hat und wenn ich ihnen jetzt erzähle dass ihre ei war erst ein paar minuten zu hause war als ich heute früh um drei bei ihr aufgekreuzt bin um sie schonend auf ihr herbes schicksal vorzubereiten sie hat mich vor der tür warten lassen während sie sich ausgezogen hat ich habe ihre kleider gesehen auf einem stuhl hut und mantel lagen zu unterst ihre bluse oben die war noch warm sie hat gesagt sie hätte geschlafen aber das hat nicht gestimmt das bett war aufgewühlt aber die falten kamen nicht vom liegen du bist ja ein richtiger detektiv sind sie gestern nacht mit ihr zusammen gewesen nein ehrlich ehrlich benimm dich nicht wie dann die schätzchen das steht dir nicht ach sehen sie mich an sam sie meinen immer sie wissen genau was sie tun aber sie sind cleverer als ihnen guttut und eines tages werden sie auf ihrer cleverness ausrutschen übrigens miss wonderly hat angerufen was hat sie gesagt sie möchte sie sehen sie wohnt im coronet in der california street apartment 1001 sie sollen nach miss leblanc fragen das werde ich tun mein schatz lassen zwischen das spade und archer von der bürotür entfernen und durch samuel spade ersetzen ja morgen treten sie ein miss das bett der schwarze vogel mr spade ich muss ihnen ein ganz ganz schreckliches geständnis machen ach das wir haben ihre geschichte sowieso nicht geglaubt was wir haben ihre 200 dollar geglaubt sie meinen ich meine sie haben mehr gezahlt als wenn sie die wahrheit gesagt hätten und zwar so viel mehr dass wir auch bestimmt anbeißen miss wonderly oder leblanc o'shaughnessy ich heiße bridget o'shaughnessy das dumme ist bloß miss o'shaughnessy zwei morde sind so zusammengetroffen dass die polizei glaubt bis zum äußersten gehen zu können hab ich schuld an gestern abend ich würde sagen es war nicht ihre schuld danke ich werde mir immer vorwürfe machen mr archer war gestern nachmittag noch so so lebendig hören sie auf hören sie auf er wusste was er tat das ist nun mal unser risiko war er verheiratet ja mit 10.000 dollar lebensversicherung ohne kinder und mit einer frau die nicht leiden konnte was erzählen wir nun der polizei müssen sie denn überhaupt von mir erfahren ich glaube ich würde ein verhör jetzt nicht überstehen könnten sie nicht vielleicht doch dann müsste ich wissen worum es eigentlich geht ich vertraue ihnen aber ich kann es ihnen nicht erzählen ich habe angst nein nein missverstehen sie mich nicht ich vertraue ihnen schon aber ich habe floyd vertraut und mr spade sie können mir helfen ich weiß ich ich bin nicht fair zu ihnen aber seien sie großzügig mr spade verlangen sie das nicht von mir ich sie sind stark sie sind findig sie sind mutig und unerschrocken sie brauchen keine hilfe sie sind nämlich gut sie sind sogar klasse besonders ihre augen wenn sie sowas sagen wie seien sie großzügig mr spade das habe ich verdient ich habe ja selbst schuld dass sie mir nicht mehr glauben können was ist letzte nacht passiert floyd kam um neun ins hotel wir haben einen spaziergang gemacht ich hatte das vorgeschlagen damit mr archer sich ihn ansehen kann in einem restaurant in der gary street waren wir essen und tanzen und so gegen halb eins sind wir zum hotel zurück floyd hat sich am eingang verabschiedet und ich habe noch von drinnen gesehen wie mr archer ihm gefolgt ist und dann dann bin ich schlafen und heute morgen habe ich die schlagzeilen in den zeitungen gesehen dann bin ich zum union square habe mir ein mietauto genommen und bin damit zum hotel mein gepäck holen nachdem ich gestern bemerkt hatte dass mein zimmer durchsucht worden war musste ich umziehen also bin ich ins coronet und habe ihr büro angerufen ihr zimmer im st mark wurde durchsucht ja während ich in ihrem büro war eigentlich wollte ich ihnen das gar nicht erzählen das heißt ich soll sie nicht weiter ausfragen ich habe nichts dagegen ihnen blind zu vertrauen aber ich kann ihnen natürlich nicht helfen wenn ich nicht ungefähr weiß worum es eigentlich geht zum beispiel müsste ich ein paar anhaltspunkte über ihren floyd thursby haben ich habe ihn im orient kennengelernt wir sind letzte woche aus hongkong hier angekommen er war er hatte mir versprochen mir zu helfen aber er hat mich verraten verraten warum wollten sie ihn beschatten lassen ich wollte wissen wie weit er schon gegangen war ich wollte wissen was er tat mit wem er sich traf und so weiter hat er archer ermordet aber sicher er hatte eine luge in seiner schulter halfter archer wurde nicht mit einer luge erschossen in seiner manteltasche hatte er einen revolver haben sie ihn gesehen oft genug warum so viele kanonen in hongkong hat man erzählt er sei leibwächter eines glücksspielers der die staaten verlassen musste floyd ist immer schwer bewaffnet rumgelaufen und nie schlafen gegangen ohne vorher zusammengeknülltes zeitungspapier um sein bett zu streuen er haben sie sich ja einen reizenden freund ausgesucht nur einer dieser sorte hätte mir helfen können wenn ein loyal gewesen wäre wie tief sitzen sie in der tinte so tief wie es nur geht ich bin nicht christus ich kann nicht aus wasser wein machen der tag geht rum und sie haben mir immer noch nichts gegeben womit ich arbeiten kann wer hat thursby umgebracht ich weiß nicht ihre oder seine feinde ich weiß nicht hoffnungslos ich kann nichts für sie tun ich danke ihnen für alles was sie für mich getan haben ich werde sehen müssen wie ich alleine zurechtkomme hm wie viel geld haben sie noch ungefähr 500 dollar geben sie es mir das sind nur 400 ich ich muss doch was zum leben haben können sie mir beschaffen nein sie müssen noch etwas haben was sich zu geld machen lässt ich habe noch ein paar ringe ein bisschen schmuck na also den werden sie versetzen das remedial ist dafür die beste adresse ecke 5th und mission street draußen ist ein mister joe kairo ja und Mein Glöckchen. Der Kerl ist schwul. Dann nur heran mit ihm, Schätzchen. Setzen Sie sich, Mr. Cairo. Ich danke Ihnen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Cairo? Darf ich als Fremder Ihnen mein Beileid zu dem unglücklichen Tod Ihres Partners zum Ausdruck bringen? Danke. Darf ich Sie fragen, Mr. Spade, ob eine gewisse Beziehung zwischen diesem unglückseligen Ereignis und dem ein wenig später erfolgten Tod dieses Mannes namens Thursby besteht, wie das die Zeitungen andeuten? Ich bitte um Verzeihung. Mehr als nur müßige Neugier hat mich zu dieser Frage veranlasst, Mr. Spade. Ich versuche, ein Zierstück wieder zu beschaffen, das, nun sagen wir mal, abhanden gekommen ist. Ich dachte und hoffte, Sie könnten mir dabei behilflich sein. Dieses Zierstück ist eine Statuette, die schwarze Figur eines Vogels. Ich bin bereit, im Namen des rechtmäßigen Eigentümers der Figur die Summe von 5000 Dollar für ihre Wiederbeschaffung zu zahlen. 5000 Dollar ist eine Menge Geld, es ist... Herein! Noch irgendwelche Wünsche? Nein, gute Nacht, schließen Sie bitte ab, wenn Sie gehen. Gute Nacht. Wie gesagt, Mr. Cairo. 5000 Dollar. Sie wollen bitte Ihre Hände im Nacken verschließen? Der Levantiner. Ich habe die Absicht, Ihre Büroräume zu durchsuchen, Mr. Spade. Ich warne Sie. Ich werde ohne weiteres auf Sie schießen, falls Sie mich daran zu hindern versuchen. Fangen Sie schon an. Sie wollen sich bitte erheben. Ich muss mich überzeugen, dass Sie nicht bewaffnet sind. Das kommt davon, Maiklöckchen, wenn man fremden Männern an die Wäsche geht. Wir wollen mal sehen, was Maiklöckchen so alles zu bieten hat. Püffelleder. Püffelleder. Nicht schlecht. 365 Dollar. 35 Pfundnoten. Griechischer Pass. Fünf Bogen. Rosa Luftpostpapier. Mit vermutlich arabischen Schriftzeilen. Ein Artikel über die Morde an Miles und Thursky. Kaufmann von Venedig. Orchesterplatz im Giri-Theater. Für heute Abend. Nicht schlecht. Drei Taschentücher. Maiklöckchen. Eine Taschenohle. Platin. Marke Longin. Ein Völfederhalter. Aus Silber und Onyx. Ein Metallkamm im Futteral. Annen.